Peterchens Mondfahrt von Gerd von Bassewitz Die Geschichte des Sumsemanns Sumsemann hieß der dicke Maikäfer, der im Frühling auf einer Kastanie im Garten von Peterchens Eltern hauste, nicht weit von der großen Wiese mit den vielen Sternblumen. Er war verheiratet gewesen, aber seine Frau war nun tot. Ein Huhn hatte sie gefressen, als sie auf dem Hofe einherkrabbelte, am Nachmittag, um einmal nachzusehen, was es da im Sonnenlicht zu schnabulieren gab. Für die Maikäfer ist es nämlich sehr gefährlich, am Tag spazieren zu gehen. Wie die Menschen des Nachts schlafen müssen, so schlafen die Maikäfer am Tage. Aber die kleine Frau Sumsemann war sehr neugierig und so brummte sie auch am Tage herum. Gerade hatte sie sich auf ein Salat plattgesetzt und dachte, willst du mal probieren, wie das schmeckt? Pick, da hatte das Huhn sie aufgefressen. Es war ein großer Schmerz für Herrn Sumsemann, den Maikäfer. Er weinte viele Blätter nass und ließ seine Beinchen schwarz lackieren. Die waren früher rot gewesen, aber es ist Sitte bei den Maikäfern, dass die Witwer schwarze Beine haben in der Trauerzeit. Und Herr Sumsemann hielt auf gute Sitte, denn er war der letzte Sohn einer sehr berühmten Familie. Vor vielen hundert Jahren nämlich, als der Urahn der Familie Sumsemann sich gerade verheiratet hatte, geschah ein großes Unglück. Er war mit seiner kleinen Frau im Wald spazieren geflogen, an einem schönen Sonntagabend. Sie hatten viel gegessen und ruhten sich ein wenig auf einem Birkenzweiklein aus. Da sie aber sehr mit sich selbst beschäftigt waren, denn sie waren jung verheiratet, merkten sie nicht, dass ein böser Mann durch den Wald herbeikam. Ein Holzdieb, der am Sonntag stehlen wollte. Der schwang plötzlich seine Axt und hieb die Birke um. Und so schrecklich schlug er zu, dass er dem Urgroßvater Sumsemann ein Beinchen mit abschlug. Fürchterlich war es. Und sie fielen auf den Rücken und wurden ohnmächtig vor Angst. Nach einiger Zeit aber kamen sie zu sich von einem hellen Schein, der um sie leuchtete. Da stand eine schöne Frau vor ihnen im Walde und sagte, Der böse Mann ist bestraft für seinen Waldfrevel am Sonntag. Ich bin die Fee der Nacht und habe es vom Monde aus gesehen. Zur Strafe ist er nun mit dem Holz, das er umgeschlagen hat, auf den höchsten Mondberg verbannt. Dort muss er bleiben, bis in alle Ewigkeit, Bäume abhauen und Ruten schleppen. Aber der Urgroßvater Sumsemann schrie und sagte, Wo ist mein Beinchen? Wo ist mein Beinchen? Wo ist mein kleines sechstes Beinchen? Da erschrak die Fee. Ach, sagte sie, das tut mir sehr leid. Es ist wohl an der Birke hängen geblieben und nun mit auf den Mond gekommen. Oh, oh, mein Beinchen, mein kleines sechstes Beinchen, schrie der arme Urgroßvater Sumsemann und seine kleine Frau weinte schrecklich. Sie wusste, dass nun alle ihre Kinder nur fünf Beinchen haben würden statt sechs, denn es vererbt sich. Und das war schlimm. Als aber die Fee den großen Jammer sah, hatte sie Mitleid mit den Käfertierchen und sagte, Ein Mensch ist zwar sehr viel mehr als ein Maikäfer und deswegen kann ich die Strafe für den bösen Mann nicht aufheben. Aber ich will erlauben, dass gute Menschen, wenn ihr sie findet, euch das Beinchen wiedergewinnen können. Wenn ihr zwei Kinder findet, die niemals ein Tierchen quälten, dann dürft ihr auf den Mond mit ihnen und das Beinchen wiederholen. Da waren die beiden etwas getröstet und flogen heim und trockneten ihre Tränen. Diese Geschichte hatte sich bald unter allen Käfern herumgesprochen. Alle Mücken, Grillen und Ameisen wussten es. Sogar die Libellen und Schmetterlinge hatten davon gehört. Die Familie der Sumsemanns war berühmt geworden. Sie galt auf allen Wiesen und in allen Bäumen für ein sehr vornehmes Geschlecht. Aber die Sumsemänner und Frauen hatten viel Leid von ihrem Ruhm. Denn immer wieder wurden sie totgeschlagen, wenn sie nachts in die Stuben kamen, um die Kinder zu bitten. Oft von rohen und unverständigen Dienstmädchen. Oft auch von den Kindern selbst. Dies war der große Fluch, der auf der Familie lastete. Und so kam es, dass zuletzt nur noch ein Sumsemann übrig war auf der Welt. Der Witwer, dessen Frau von dem Huhn gefressen wurde, weil sie so neugierig am Tag herumflog, statt zu schlafen. Er war ein sehr vorsichtiger Mann, hielt sich immer ein wenig abseits von den anderen Maikäfern. Und besonders, seit seine Frau tot war, liebte er die Einsamkeit. Da saß er in der Dämmerung, wenn er sich satt gegessen hatte, auf irgendeinem Zweiklein, geigte sehnsüchtige Liederchen an den Mond und die große Ballade vom sechsten Beinchen, das immer noch dort oben war. Manchmal spielte er sich auch ein lustiges Liedchen. Dazu tanzte er dann auf den großen Kastanienblättern herum. Das sah sehr komisch aus. Die anderen Maikäfer veranstalteten allabendlich ein großes Brummbass- und Paukenkonzert unter dem Baum. Herr Sumsemann aber sagte regelmäßig ab, wenn sie ihn dazu einluden, und das ärgerte sie sehr. Er ist hochnäsig, sagten sie. Seid ihr nicht mehr den Brummbass, sondern die Geige spielt? Aber es war nur Neid von ihnen. Sie hatten nämlich alle nur ihre Pauken und dicken Brummbässe. Er aber hatte eine kleine silberne Geige, die funkelte wie das Mondlicht und hatte einen Ton so fein wie die winzigen, singenden Mücken, die in der Sonne tanzen. Diese Geige war ein altes Familienerbstück. Einst hatte ein Herr Sumsemann der Grille Zirpedirb, die auf der Sternenblumenwiese wohnt, das Leben gerettet, als sie zu hoch auf einen Baum gestiegen war und einen Schwindelanfall bekam. Zum Dank für diese mutige Tat hatte die Grille ihrem Lebensretter diese silberne Geige geschenkt. Die erbte seither im Geschlechte der Sumsemanns immer der älteste Sohn und sie wurde hoch in Ehren gehalten. So war nun der letzte Sumsemann auch der letzte Erbe. All dies machte ihn sehr stolz. Man kann es begreifen. Er führte ein bequemes Leben. Er war dick und vorsichtig und dachte immer daran, dass er sich nicht in Gefahr bringen dürfe. Nur manchmal, wenn der Abend gar so schön war, packte es ihn und er wurde mutig. Dann trank er ein Vergissmeinicht-Schnäpschen nach dem anderen, zur Erinnerung an seine Frau, obwohl sie damit ganz gewiss nicht einverstanden gewesen wäre, und in sehr angeregter Stimmung summte er in Zickzacklinien durch die Gärten. Er störte die Mücken bei ihrem Abendtanz und die Leuchtkäfer beim Versteckspielen. Er rempelte die Apfelblüten an, dass die kleinen Marienkäferkinderchen herauspurzelten, die da eben einschlafen wollten. Er zerriss der schieläugigen Spinne die Fangnetze und rannte, wumms, gegen alle Fenster, weil er nicht mehr genau unterscheiden konnte, ob ein Fenster offen oder geschlossen war. Es tat ihm aber nichts, denn er hatte einen sehr harten Schädel. Hoppla, sagte er meistens nur und flog weiter, von gewaltigem Tatendurst getrieben. Ein Ritter bin ich, so dachte er, und der letzte Sumsemann. In der Kinderstube So war der letzte Sumsemann denn auch eines schönen Abends in das Schlafzimmer von Peterchen und Anneliese geraten, als die Kinder gerade von der dicken Minna zu Bett gebracht wurden. Peterchen hatte natürlich seinen Gebrumm gehört und wollte ihn greifen. Gut war nur, dass Minna die Jagd nicht erlaubte, denn sonst wäre Sumsemann vielleicht in eine schlimme Lage geraten. Sie war wahrscheinlich schwerhörig, denn sie hatte gar nichts gehört und glaubte, dass Peterchen ihr nur etwas vormachen wolle, um im Hemdchen noch so bissl im Zimmer herumzutunen. Der Schreck war dem edlen Sumsemann aber noch scheußlich in die Glieder gefahren und trotzdem er gerade heute besonders viele Vergiss-ma-nicht-Schnäpschen getrunken hatte. war all sein Mut fort. Er lag oben auf der Gardinenstange und stellte sich tot. Dies ist ein altes und bewährtes Mittel bei den Maikäfern, in großen Gefahren. Derweil aber passte er genau auf, was im Zimmer geschah. Die Minna ging fort, als sie die Kinder ins Bettchen gepackt hatte und Peterchen unterhielt sich mit Anneliese natürlich gleich über den Maikäfer. Jetzt wurde es wieder gefährlich. Der Sumsemann bekam oben auf der Gardinenstange kolossales Herzklopfen, als Peterchen plötzlich leise aufstand, um ihn zu suchen, weil Anneliese bissl Angst hatte. Wer weiß, es hätte ihm doch ans Leben gehen können, obwohl die Kinder ja sonst gut waren. Aber man darf sich auf die Gutmütigkeit der Menschen nicht verlassen. Dies wusste er aus seiner Familiengeschichte. Das Geschick war ihm aber günstig, denn gerade als Peterchen an der Gardine war und die Gefahr am höchsten stieg, kam die Mutter herein. Husch wurde der kleine Junge wieder ins Bettchen gesteckt. Beide Kinder mussten die Hände falten und das Nachtgebet sprechen. Dann sang die Mutter ihnen noch ein Schlaflied und sie sang die berühmte Maikäferballade. Seltsam! Herr Sumsemann oben auf der Gardinenstange wunderte sich, dass die Menschen dies Lied auch kannten. Es war ihm aber ein neuer Beweis für die Berühmtheit der Maikäfer auf der weiten Welt und dies beruhigte ihn sehr. Als die Kinder nun eingeschlafen waren und die Mutter aus dem Zimmer ging, fasste er neuen Mut. Ganz leise rappelte er sich auf und spazierte in der Stube herum. Er besah und beschnüffelte alles. Eine Puppenstube, ein Schaukelpferdchen, ein Lämmchen, Soldaten und Bilderbücher waren da. Lauter, langweilige Sachen. In der Puppenstube war allerdings etwas Zucker. Aber Zucker? Puh, den mochte er nicht. Er verstand gar nicht, wie man sowas essen könnte. Dann waren da noch zwei Körbchen mit Äpfeln. Die Mutter hatte sie den Kindern für morgen hingestellt, wenn sie recht brav ausgeschlafen hätten. Er schüttelte den Kopf. Wie könnte man nur Äpfel essen? Unbegreiflich war ihm das. Gräuliche Bauchschmerzen hätte er bekommen. Er aß nur Salat. Das war vornehm. Komisch, was den Menschen alles gut schmeckt, dachte er. Und dabei musste er laut lachen. Da er aber so viel Vergissmeinicht-Schnäpse getrunken hatte, geriet er plötzlich aus dem Gleichgewicht und purzelte auf den Rücken. Au, das war eine außerordentlich fatale und unangenehme Lage für den dicken Sumsemann, denn jeder weiß, dass es für Maikäfer sehr schlimm ist, auf den Rücken zu fallen, weil sie sich dann nicht mehr recht aufrappeln können. Er angelte also mit seinen fünf Beinchen in der Luft herum und dachte, ja, ja, das kommt von den Schnäpschen, die man zum Andenken an die tote Ehefrau dringt. Lebte sie noch, sie hätte ihm sicher eins ausgewischt für die vielen Schnäpschen. Er wiegte sich nach rechts und links wie ein kleines Boot, kreiselte herum wie ein Karussell und quälte sich sehr. Endlich geriet er in die Nähe eines Tischbeins und daran konnte er sich stützen, sodass er wieder hochkam. Ganz schmutzig war sein schöner brauner Rock geworden, alle Knöpfe waren abgeplatzt und eine lange Naht war aufgerissen. Gut, dass ihn seine Frau nicht mehr sehen konnte. Nun saß der Sumsemann eine Weile am Tisch und dachte nach, womit er sich die Zeit vertreiben könnte. Da er aber weiter nichts anzufangen wusste und über die traurige Stimmung hinwegkommen wollte, nahm er seine kleine Geige und spielte sich ein lustiges Maikäfer-Tänzchen. Dabei wurde er so fidel, dass er ganz vergaß, wo er war und sehr erschrak, als Peterchen und Anneliese plötzlich laut auflachten, weil er gar so komisch herumsprang bei seinem Tanz. Er hatte sie nämlich mit seiner Musik aufgeweckt und gar nicht bemerkt, dass sie ihm schon eine ganze Weile zusahen. Eigentlich hatte er Angst und wollte sich schnell totstellen, aber die Kinder lachten so vergnügt, dass er sich wieder ein Herz fasste. Er legte also seine Geige auf den Tisch, strich seine schöne schwarz-weiße Weste glatt, richtete die kleinen Fühlhörnchen an seinem Kopf auf, machte eine Verbeugung und stellte sich vor. Herr Sumsemann. Die Kinder waren aus ihrem Bettchen geklettert und da sie wussten, was sich gehört, machte Peterchen auch eine Verbeugung, Anneliese einen Knicks und sie stellten sich ebenso vor. Nun aber waren sie schrecklich neugierig, beguckten und befühlten den Sumsemann überall, bewunderten die kleine silberne Geige und wollten alles wissen. Dem dicken Maikäfer wurde ganz schwindelig von all den Fragen nach der Krille Zirpe dirb und nach der toten Frau, die das Huhn gefressen hatte. Plötzlich hatte Peterchen auch entdeckt, dass ihm ein Beinchen fehlte. Der wusste nämlich ganz genau, wie viele Beinchen ein ordentlicher Maikäfer haben muss und darum fragte er nun. So war also wirklich der große Augenblick für den letzten der Sumsemanns gekommen. Zwei gute Kinder fragten ihn nach seinem Beinchen. Viele hundert Jahre hatten seine Ahnen und Vorfahren dies ersehnt und waren totgeschlagen worden. Und jetzt? Jetzt! Ihm wurde ganz grün vor den Augen. Seine Flügel zitterten vor Aufregung und beinahe wäre er auf den Rücken gefallen. Aber er beherrschte sich doch so gut es ging, holte tief Luft, wischte sich mit einem grünen Lindenplättchen, das er immer als Taschentuch benutzte, den Schweiß von der Stirn, machte eine sehr geheimnisvolle Miene und sagte, ja, das ist eine sehr traurige und wunderbare Geschichte. Nun wollten die Kinder natürlich die Geschichte hören, schleppten drei Schemelchen herbei und gleich darauf saßen sie, der Maikäfer in der Mitte, Peterchen links und Anneliese rechts, dicht neben ihm. Es war totenstill in der Stube und sehr geheimnisvoll. Der Mond sah groß und gelb durch die Blumen vor dem Fenster und der Maikäfer erzählte langsam und feierlich mit einem leise brummenden Stimmchen die Geschichte vom Beinchen, von der Nachtfee und vom Mondmann. Staunend hörten die Kinder zu. Ja, das war wirklich eine wunderbare und geheimnisvolle Geschichte. Es war ihnen ganz seltsam zumute, als der Maikäfer nun mit dem Erzählen fertig war und sie mit zwei großen Tränen in seinen runden Klotzäugelchen fragend anguckte. Peterchen war sehr gerührt und Anneliese wischte sich mit ihrem Hemdzipfelchen sogar die Augen, weil ihr immer die Tränen kamen. Dann aber fasste sich Peterchen ein Herz und sagte, dass er das Beinchen schon recht gerne mit Anneliese vom Mond herunterholen möchte, aber der Mond, das hatte er schon mal gehört vom Vater, der war sehr weit fort, da oben, irgendwo hoch in der Luft und wer nicht fliegen könnte, würde wohl niemals hinaufkommen. Anneliese wusste zwar noch weniger vom Mond als Peterchen, aber hoch war er sicher, vielleicht noch höher als der Schornstein auf dem Haus und sie hatte doch ein klein bisschen Angst, dass man kaputt gehen könnte, wenn man da hinauf wollte, ohne richtig fliegen zu können. Sie sah ganz verlegen aus. Der Sumsemann aber wusste, wenn die Kinder nur wollten, so war es schon gut. Wenn sie den guten Willen hatten zu helfen, dann konnte er sie sogar das Fliegen lernen. So stand es nämlich in der Familien Geschichte der Sumsemanns deutlich mit weißer Tinte auf grünen Blättern geschrieben. Er hatte es auswendig gelernt. Selig umarmte er die beiden Kinder und sagte, dass sie das Fliegen sehr leicht von ihm lernen könnten, wenn sie nur ein bisschen aufpassten, wie er es Na, das war was für Peterchen und Anneliese. Sie fingen laut an zu lachen und tanzten wie toll in ihren Hemdchen im Zimmer herum. Aber es galt keine Zeit zu verlieren, wenn sie noch nach dem Mond fliegen wollten. Und so setzte der dicke Maikäfer sich in Positur, um den Kindern etwas vor zu fliegen. Aufgepasst, sagte er, nahm seine kleine silberne Geige ans Kinn, spielte und sang dazu. Rechtes Bein, linkes Bein, rechtes Bein, linkes Bein, rechtes Bein und linkes Bein, summ, dann kommt das Flügelein, summ, summ, summ. Da flog er auch schon im Zimmer herum und die Kinder klatschten vor Vergnügen laut in die Hände. Jetzt sollten sie es nachmachen. Es war ein feierlicher Augenblick. Peterchen stellte sich in Positur und Anneliese daneben mit einem ganz klein wenig Herzklopfen. Der Maikäfer stand vor ihnen mit der Geige, sie mussten die Ärmchen ausbreiten und während er geigte und sang, machten sie gehorsam die komischen Schritte nach, die er vorhin vorgemacht hatte. Plötzlich, als er sang, summ, dann kommt das Flügelein. Was war das? Sie hoben sich von der Erde in die Luft. Ja, sie flogen richtig rund im Zimmer herum. Zuerst waren sie so erstaunt, dass sie nur die Augen ganz weit aufrissen und auch die Mäulchen. Dann aber konnte es Anneliese nicht mehr aushalten vor Vergnügen, denn es war wirklich zu schön, so wie ein richtiger Käfer in der Luft herum zu summen. Sie lachte laut auf, strampelte mit den Beinchen und klatschte begeistert in die Hände. Bauts, da lagen sie beide auf der Nase. Sie guckten den Herrn Sumsemann sehr erstaunt an. Das kommt vom Klatschen, sagte der. Natürlich, wenn man fliegen will, darf man nicht in die Hände klatschen, das tun ja die Maikäfer auch beim Fliegen nicht. Obwohl sie sich doch ein wenig wehgetan hatten beim Herunterpurzeln aus der Luft, verkniffen sie die Tränen und standen tapfer wieder auf. Anneliese war sehr verlegen, denn sie hatte ja angefangen mit der Strampelei. Noch einmal, hieß es jetzt, und wieder geigte und sang der Käfer. Sie machten die Schritte, die er vorgemacht hatte, und als die Zeile kam, Sum, dann kommt das Flügelein, flogen sie genau wie vorher ganz hoch in die Luft. Nun hüteten sie sich aber zu klatschen, und obwohl es so schön war, dass sie wieder laut lachen mussten, hielten sie doch ihre Arm ruhig ausgebreitet und strampelten nicht mit den Beinen wie vorher. So blieben sie in der Luft, solange der Maikäfer geigte, und als das Liedchen aus war, glitten sie sanft, wie zwei kleine Schmetterlinge, auf die Erde herab. Es war sehr schön gewesen. Peterchen meinte, dass es bei ihm richtig gebrummt hätte beim Fliegen, und Anneliese hatte auch so etwas bei sich gehört. Herr Sumsemann fand das ganz in Ordnung, denn das Brummen gehört ja bei den Maikäfern zum Fliegen dazu. Nun also konnte das große Abenteuer beginnen. Gelb und rund stand der Mond über der Sternblumenwiese vor dem Fenster. Es ist sehr weit, sagte der Maikäfer, obwohl es ganz nah aussah, aber er musste es ja wissen. Darum sollten sie Proviant mit auf die Reise nehmen, hierfür waren die Äpfel von Muttchen gut. Aber auch die Puppe und den Hampelmann wollten sie nicht daheim lassen, die mussten doch große Abenteuer miterleben. Der Maikäfer zog zwar zuerst eine grause Nase, denn für Puppen und Hampelmänner hatte er gar kein Verständnis, der dumme Kerl, aber schließlich meinte er doch, man könne nicht wissen, wozu es gut sei. Und so durften Püppchen und Hampelhäschen mit. Natürlich schnallte sich Peterchen sein kleines Holzschwert ums Hemd, denn Kämpfe gab es sicher zu bestehen. Damit war auch der Maikäfer sehr einverstanden, er hatte nämlich doch etwas Angst vor der großen Reise. Wir wissen schon, dass er von Natur aus nicht sehr mutig war. Jetzt waren sie soweit. Sie stellten sich hintereinander auf, der Maikäfer vorn mit der kleinen Geige, dann Peterchen, dann Anneliese. Das Liedchen ertönte, sie hoben die Arme, machten die Schritte, wie sie es gelernt hatten, und plötzlich ging die Wand des Zimmers weit auseinander. Die Sternblumenwiese lag vor ihnen, von Tausenden von Glühwürmchen beleuchtet, und sie flogen hinaus, über die Wiese hin, immer weiter, auf den großen goldenen Mond zu, der vor ihnen über die Bäume guckte. Der Flug nach der Sternenwiese Na nu, sagten die anderen Maikäfer, die gerade unter der großen Kastanie ein Konzert abhielten, hat der hochnäsige Geigensumsemann doch ein paar Kinder gefunden, mit denen er zum Mond fliegt? Sie waren so erstaunt, dass in ihr Brummkonzert ein ganz falscher Takt kam. Die drei aber flogen so schnell, dass die Hemdchen der Kinder wie kleine Fahnen in der Luft flatterten. Beinahe hätten sie zwei kleine verliebte Nachtschmetterlinge, die nicht aufpassten, über den Haufen geflogen. Jetzt waren sie über dem See. Der funkelte leise. Alle seine Wellen waren von Silber. Und die dummen dicken Karpfen, die dort wohnten, klotzten durch das Wasser, sehr erstaunt. Oh, dachte der Karpfen Ur-Ur-Großpapa. Das sind aber ein paar seltsame Enten, die da oben flattern. Er hielt alles, was in der Luft flog, für Enten. 500 Jahre war er alt, aber schrecklich dumm. Oh, oh, dachten die anderen Karpfen. So viel hatten sie schon lange nicht gedacht und von der Anstrengung schwitzten sie große Luftblasen. Die stiegen im Wasser hoch wie die kleinen Perlen. Aber schon flogen die drei Abenteurer über den Wald hin. Guck, sagte das kleine Reh ziep ziep zu seiner Mutter, da fliegen zwei weiße Fledermäuschen. Doch die Mutter wusste es besser, denn sie hatte feine Ohren und hörte alles, was man im Walde erzählt. Es ist der Maikäfer Sumsemann, der mit zwei Kindern nach dem Mond fliegt, sagte sie. Wollen sie den Mond fressen? fragte ziep ziep. Es glaubte nämlich, dass man den Mond fressen könnte, weil er so ähnlich aussah wie eine gelbe Butterblume. Frag nicht so und iss deinen Salat, sagte die Mutter. Ziep Zip war wirklich noch zu klein, um die berühmte Geschichte von dem Holzdieb und dem Maikäfer Beinchen zu verstehen. Immer schneller und immer höher flogen die drei. Das Haus, die Wiese, der See, der Wald lag bald tief unter ihnen. Die Hügel, die Berge, an denen die weißen Nachtnebel hingen, versanken. Und dann lag die ganze Erde dort unten unermesslich tief in der blauen stillen Nacht. Mit allen ihren Ländern und Meeren, die große Liebe Erde im tiefen Schlaf. Das Herz der Kinder klopfte, aber tapfer hielten sie die Ärmchen ausgebreitet und machten keine einzige falsche Bewegung. Der Maikäfer flog ihnen voran, er geigte unermüdlich und sang sein Liedchen dazu. Seltsam, ganz anders sahen jetzt die Sterne aus, als von der Erde, wenn man sie abends vom Garten her betrachtete, als ob sie freundliche, liebe, lachende Gesichtchen hätten, mit silbernen Löckchen drum. Immer mehr wurden es, je höher man flog. Nur die großen konnte man von der Erde sehen, die kleinen sah man erst jetzt. Es waren viel, viel, hunderttausend. Und plötzlich begann es durch den schweigenden Himmelsraum wie von unzähligen Glöckchen zu klingeln. Zuerst ganz fein und leise, dann immer lauter und deutlicher und immer schöner. Nein, es waren keine Glöckchen. Jetzt hörten sie es deutlich. Es waren viel, tausend kleine Silberstimmchen ringsrum. Die Sterne sangen ihr Gute-Nacht-Lied. Rings um die drei kleinen Abenteurer war während dieses Gesangs ein wundersames Leuchten, das immer stärker wurde. Es ging von einer weiten silbernen Wolke aus, die vor ihnen im unendlichen Himmelsraum schwamm, wie ein großer Nebel. Man sieht manchmal des Nachts auf der Erde hinter dem Garten über dem Fluss oder über dem See solche Nebel. Wie Tücher sehen sie aus, die still und weiß in der Luft liegen. Nur viel heller, viel größer war dieser Nebel im Himmelsraum vor den Kindern. Und als sie nun immer näher kamen, sahen sie sehr sonderbare Dinge darauf. Hunderte, tausende von kleinen Stühlchen standen dort um ein schönes silbernes Pult herum, genau wie die Kinderstühlchen in der Schule um das Lehrer Pult. Neben dem Pult hing eine dicke silberne Glockenschnur mit einer wunderschönen Trottel vom Himmel herunter und auf der anderen Seite aber stand eine riesengroße Pauke neben einem mächtigen silbernen Fernrohr. Weit hinten auf einem Hügelchen von dem ein feiner Nebelweg nach vorn lief sah man einen niedlichen weißen Schäfchenstall mit einem rosenroten Dach darauf und runden komischen Fenstern die wie kleine Äugelchen guckten. Um das Ganze aber lief ein Gitterchen so zart als sei es aus Porzellan gesponnen worden. Was war dies nun alles? Es war die Sternenwiese der sie sich näherten. Sie liegt mitten im Himmel und war die erste Station auf ihrer großen Fahrt. Die Sternenwiese Auf der Sternenwiese wohnt das Sandmännchen, das eine sehr wichtige Persönlichkeit im Himmelsraum ist und viele Ämter hat. Es muss den Sternen Unterricht im Singen geben und es muss aufpassen, dass sie am Tage, wenn sie noch nicht am Himmel stehen, ihre Strahlen ordentlich putzen. Lauter kleine silberhaarige Mädchen sind die Sterne. Jedes Kind auf der Erde hat sein Sternchen. Und wenn das Kind nicht artig war, wenn es Kuchen stibitzt hat oder wenn es sogar gelogen hat, so entstehen auf der schönen Strahlenkrone seines Sternenmädchens hässliche Flecken. Sie verbiegt sich oder sie bekommt Schachten. Dann muss das kleine Sternchen putzen mit seinem goldenen Putzläppchen und sich mühen in der Sternenschule auf der lank und hell wird zur Nacht. Das ist oft furchtbar schwer und die kleinen Sternchen seufzen dabei vor Mühe. Manchmal weinen sie sogar, denn das Sandmännchen ist sehr streng und lässt ihnen nichts durchgehen, wenn auch nur das kleinste Fleckchen noch da ist. Meistens aber sind sie fröhlich und oft gar schrecklich ausgelassen, besonders im Winter, wenn Weihnachten nicht mehr weit ist. Dann hat das Sandmännchen Mühe, Ordnung zu halten, so viel lachen sie. Manchmal lachen sie über die Mondschäfchen, die am Tage in dem Stall auf dem kleinen Hügel wohnen und Purzelbäumchen schlagen. Manchmal über die Himmelsziegen, die so komisch meckern. Manchmal lachen sie auch über gar nichts und so laut, dass man es beinahe auf der Erde hören könnte. Das darf natürlich nicht sein. Dann haut das Sandmännchen auf die Pauke, sie bekommen einen Schreck und sind stille wie die Fischchen im See. Aber nicht sehr lange. So geht es auf der Sternwiese zu, wenn auf der Erde Tag ist. Wenn aber der Abend kommt, wenn die Sonne auf der Erde unter geht, dann stellt sich der Sandmann feierlich vor sein Pult, alle Sternchen setzen ihre Kronen aufs Haar und sehen andächtig zu ihm auf. Er wendet im goldenen Mondbuch auf dem Pult feierlich eine Seite um und schreibt hinein, was die Kinder auf Erden am letzten Tag Gutes getan haben. Er weiß alles, denn die Sternchen merken es an ihren gestralen Kronen. Ist dies geschehen, so setzt er sein großes silbernes Sandsiegel unter Zwinkert ernsthaft mit seinen kugelrunden freundlichen Äugelchen und zieht an der Glockenschnur. In demselben Augenblick läutet es leise über den ganzen Himmel hin von unzähligen Glöckchen. Zu dieser Musik aber huschen alle Sternenmädchen von der Wiese fort und an den Himmel. Dort stehen sie dann für die Nacht als winzige Lichtpünktchen jedes an seinem Platz. Sandmännchen aber läuft zu seinem Fernrohr und guckt, ob sie auch alle richtig stehen, denn manchmal verirrt sich eins ein wenig an dem großen dunklen Himmel. Besonders den kleinen passiert das leicht. Manchmal rücken sie auch heimlich ein bisschen zusammen, weil sie sich noch etwas zu erzählen haben. Sie tuscheln und kichern natürlich genauso gerne miteinander wie die kleinen Mädchen auf der Erde. Das ist natürlich nicht erlaubt und Sandmännchen hält streng darauf, dass so etwas nicht einreißt am Himmel. Ja, das Sandmännchen hat wirklich sehr viel zu tun, besonders am Abend. Wenn die Sternchen am Himmel stehen, muss es die Mondschäfchen aus dem Stall lassen, damit sie in der Nacht auf die Himmelsweide kommen. Das ist auch ein tüchtiges Stück Arbeit, vergnügt sind die nämlich und fürchterlich ausgelassen, sie purzeln mit ihren silbernen Fällchen wie kleine Kullabällchen durcheinander und bis sie schließlich ruhig auf der Weide oben am Himmel das schöne Sternschnuppengemüse grasen, vergeht eine ganze Zeit. Auch dann noch muss das Sandmännchen aufpassen, dass sie nicht etwa heimlich Kometenkohl oder die Himmelsschoten anknabbern, die dort zwar wachsen, aber den Schäfchen verboten sind, weil die Nachtfee sie braucht, wenn sie ihre großen Mitternachtsessen gibt, zu denen die mächtigen Naturkräfte eingeladen werden. Sind die Mondschäfchen ordentlich auf die Weide gebracht, so ist noch eine ganz besonders wichtige Angelegenheit zu erledigen. Es steht auf der Sternwiese neben der großen Pauke ein kugelrundes Säckchen und aus diesem Säckchen schüttet der Sandmann einen feinen Silbersand in ein langes Pusterohr. Dann geht er gravitätisch nach den vier Himmelsrichtungen an den Rand der Wiese, beugt sich weit über das Gitter und bläst den leuchtenden Staub viermal in den Himmelsraum hinaus. Der Staub aber verteilt sich ganz, ganz, ganz fein und rieselt durch die Luft herab auf die Erde mit dem Licht des Mondes zusammen. Überall dort, wo Kinderaugen aus dem Bettchen in die Luft gucken, fliegt dieser silberne Sand aus Sandmännchens Pusterohr herum und legt sich leise auf die Augenlider. Die werden müde und schwer davon. Man muss sie zumachen und schläft ein. So schickt das Sandmännchen den Kindern den Schlaf und auch die schönen Träume. Mit all diesen Arbeiten war das Männchen gerade fertig geworden, als Peterchen und Anneliese mit dem Maikäfer durch die Nacht herangeflogen kamen. Sie sahen deutlich, wie es steifbeinig auf der Wiese umherlief in seinem Schlafrock, der mit Sternen bestickt war. Auf dem Kopf hatte es eine lange Zipfelmütze und an den Füßen komische riesengroße Pantoffeln. Von einer Seite der Wiese nach der anderen lief das Männchen und passte auf, dass am Himmel nichts in Unordnung kam. Und richtig, plötzlich hatte es die drei Abenteurer entdeckt. Es stutzte, zwinkerte mit den Augen, guckte, schnaubte sich und zwinkerte wieder. Dann aber lief es emsig zu seinem Fernrohr, richtete es auf die Kinder, guckte durch, wischte sich die Äugelchen, putzte das Glas am Fernrohr, guckte noch einmal und und nun hatte es erkannt, was da ankam. Es blies die Backen auf und schlug sich vor Erstaunen auf den kleinen Spitzbauch. Seine Augen wurden so groß wie Kuchenteller und sein Mund stand so weit auf wie eine Ladentür. Was da vor sich ging, war aber auch etwas ganz Unerhörtes am Himmel. Viele tausend Jahre war der Sandmann alt, aber sowas war noch nicht passiert auf der Sternenwiese, seit er hier Ordnung hielt. Zwei Kinder im Nachthemdchen und ein geigender Maikäfer kamen durch den großen Himmelsraum herangeflogen. Als wäre das so ein Sonntags- Nachmittagsvergnügen. Dies ging nicht mit rechten Dingen zu. Hier musste er sehr energisch sein. Er stürzte also eilig zu seiner großen Pauke schlug darauf und schnitt ein furchtbar böses Gesicht. In dem Augenblick landeten die Kinder mit dem Maikäfer behutsam auf der Sternenwiese. Bum, 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 hier ist der Mond, rausgeschmissen wird, wer hier nicht wohnt, schrie der Sandmann sie an und fuchtelte mit dem Paukenstock in der Luft herum. Na, das war gerade kein lebenswürdiger Empfang auf der ersten Station Der Maikäfer aber dachte, mit Höflichkeit kommt man am weitesten und so machte er eine sehr schöne Verbeugung mit Kratzfüßchen hinten raus und sagte, entschuldigen Sie bitte, Herr Sandmann. Was, was entschuldigen, quiekte das Männchen ganz rot vor Aufregung, was will er hier, ein Maikäfer gehört auf die dicke Kastanie im Garten, aber nicht auf die Sternenwiese am Mond. Ich werde mal gleich ein paar Sternenraketen gegen ihn abschießen, dass ihm der Bauch platzt, Herr Nasegrün. Sternenraketen? Der Maikäfer bekam natürlich Angst und dachte daran, sich totzustellen. Peterchen hatte zwar keine Angst, denn er hatte ja sein Holzschwert bei sich, aber er war etwas verlegen und wusste nicht recht, was man wohl tun sollte, wenn das Männchen wirklich mit Sternenraketen zu schießen anfinge. Anneliese aber? Ja, das hätte man wirklich nicht von der kleinen Anneliese gedacht. Sie trat plötzlich ganz mutig vor, nahm aus ihrem Körbchen ein rotbäckiges Äpfelchen und hielt es dem grimmigen Sandmann dicht unter die spitze Nase. Nanu sagte der höchst erstaunt, was ist denn das für ein tapferes kleines Frauenzimmerchen? Dabei schnüffelte er schon neugierig an dem schönen Apfel herum. So etwas gab es nämlich nicht am Himmel oben. Auf der Weihnachtswiese, die auf dem Mond lag, wuchsen allerdings die vergoldeten Äpfelchen und Nüsschen, aber davon konnte das Männchen keins bekommen, die waren für die Kinder auf der Erde. Nun lief ihm doch das Wasser im Mund zusammen. Gib mal her, sagte es. Anneliese machte einen Knicks und sagte, bitteschön. Habs, bis das Männchen hinein. Ordentlich komisch war, wie es plötzlich vergnügt wurde. Es schmunzelte von einem Ohr bis zum anderen beim Kauen und rieb sich das Bäuchlein. So gut schmeckte es ihm. Als der Apfel aufgegessen war, faltete der Sandmann die Hände auf dem Rücken und sah die Kinder an. Er wollte böse aussehen, aber der Apfel hatte so gut geschmeckt, dass es ihm nicht mehr richtig gelang, ein grimmiges Gesicht zu schneiden. Ihr Hemdenmetze, was wollt ihr denn hier? Ihr sollt doch schlafen, schmunzelte er. Jetzt trat Peterchen mit einer Verbeugung vor und erklärte den Grund der Reise. Ja, von der Geschichte hatte der Sandmann schon gehört. Sie war einmal auf einem Kaffeeklatsch bei der Nachtfee erzählt worden, vor etwa tausend Jahren. Und damals waren alle Gäste sehr gerührt gewesen von dem Schicksal der Sumsemänner. Hmm, meinte das Männchen jetzt und rollte mit den Augen so stark, dachte es nach. Aber da kam ihm schon wieder der Geruch von den Äpfeln in die Nase, die Peterchen in seinem Korbe hatte. Gib mir noch einen Apfel, sagte es plötzlich mitten im Denken und hielt die Hand hin. Das tat Peterchen natürlich gern. Als der Sandmann nun auch den zweiten Apfel verspeist hatte, war all sein Grimm verflogen und er nickte wohlwollend mit dem Kopf. Ja, ja, die Geschichte der Sumsemänner, die war überall am Himmel bekannt. Aber sollte der Maikäfer nun wirklich zweiartige Kinder gefunden haben, um das Beinchen zurück zu erobern? Das wäre doch ein ganz gewaltiges Glück für die Sumsemänner. Es musste also festgestellt werden, ob die Kinder artig waren, sonst ging die Geschichte nicht. Mit großen feierlichen Schritten begab sich das Sandmännchen zu seinem Sprachrohr und rief nach dem Himmel hinauf, die Sternchen von Anneliese und Peterchen sollen mal schnell herunterkommen. Und was geschah? Zwei winzige Sternpünktchen lösten sich hoch oben vom Himmelsgrund und fielen leuchtend herab auf die Wiese. Im gleichen Augenblick standen dort zwei wunderschöne kleine Mädchen mit blonden Locken und lachenden Augen. Silberne Hemdchen hatten sie an und silberne Schuhe. Funkelhelle Strahlenkrohlen aber blinkten auf ihren Köpfen. Peterchen mein Peterchen rief das eine Sternchen meine kleine Anneliese rief das andere und dann gab's eine fröhliche Begrüßung. Die Kinder liefen zu ihren Sternchen und sie umarmten und küssten sich. Dem dicken Maikäfer kamen ordentlich die Tränen in die Klotzaugen vom Zusehen so hübsch war es. Rührung durfte aber nicht einreißen denn die Geschichte war ernst. Also tat das Sandmännchen wieder sehr krimmig verbat sich die Küsserei und fragte die Sternchen ob die beiden Kinder Peterchen und Anneliese kein Fleckchen auf die Kronen ihrer Sternchen gemacht hätten. Da lachten die beiden Sternchen und schüttelten ihre silbernen Locken. Blitzblank waren die Kronen. Jetzt schmunzelte das gute Sandmännchen denn es freute sich sehr darüber und die Kinder durften den Sternchen noch einen Kuss geben. Ach, war das schön. So ein Sternchenkuss schmeckt so lieb, dass man es wirklich gar nicht beschreiben kann. Man muss es erleben und man erlebt es, wenn man gut ist. Husch waren die Sternchen wieder fort und standen als Lichtpünktchen am Himmel. Die Kinder guckten ihnen ganz traurig nach, aber plötzlich mussten sie laut lachen. Der Maikäfer tanzte nämlich wie ein Verdreter auf der Sternenwiese herum und warf dabei mit den Beinchen mindestens ein Dutzend Sternenstühlchen um, die dort standen. Er freute sich, dass die Kinder artig waren, denn in seiner Familiengeschichte stand, artige Kinder müssten es sein, sonst sei alle Mühe umsonst. Nun war es sicher, dass er sein Beinchen wieder bekam. Schrecklich freute er sich. Der Sandmann verstand zwar, dass das Sumse Männchen sich freute, aber dass es die Sternenstühlchen umwarf, war gegen die Ordnung und er verbat sich dieses Maikäferhafte übernehmen sehr energisch. Ein Freudentanz sollte das sein, ein ganz dummes Rumgebrumsel sei es. Auf der Sternenwiese mache man sowas nicht, überhaupt, wenn man so dick wäre und so unsicher auf den Beinen. Da hatte der Sumse man ihn sehen, wenn er das sechste Beinchen wieder hätte. Beinahe hätte er laut gelacht, aber er verkniff sich das Lachen, denn er war vorsichtig und wollte sich nicht unbeliebt machen. Entschuldigen Sie, Herr Sandmann, sagte er, machte einen Kratzfuß und sah bescheiden aus. Nur ganz heimlich warf er den Kindern ein paar Kusshändchen zu. Sandmännchen hatte den Finger an seine Nase gelegt und dachte tief nach. Es war nämlich eine recht gefährliche Geschichte, die von den beiden Kindern unternommen werden sollte. Und weil er sie schon sehr lieb hatte, wollte er ihnen nun auch mit allen Kräften beistehen auf der weiteren Fahrt. Plötzlich kam ihm ein Gedanke. Gerade heute um zwölf Uhr Mitternachts gab die Nachtfee einen Kaffeeklatsch für die Naturgeister in ihrem Schloss. Er war auch eingeladen. Die Nachtfee war sehr mächtig, viel mächtiger als er. Sie war es ja auch gewesen, die vor vielen hundert Jahren den bösen Holzdieb auf den Mondberg verbannt und den Sumsemännern erlaubt hatte, mitartigen Kindern das Beinchen von dort wieder herunter zu holen. Wenn er die Kinder also mitnehmen auf das Schloss der Nachtfee zu dem Kaffeeklatsch, sie war eine gütige Fee und würde ihnen sicher ihren Schutz leihen. Peterchen und Anneliese konnten konnten dieser Gelegenheit sogar die Naturgeister kennenlernen, die ihnen vielleicht später beistehen würden. Ja, das war ein prächtiger Gedanke. Das Männchen machte einen Sprung in die Luft vor Vergnügen über diesen Einfall, dass sein spitzes Bäuchlein nur so wackelte. Dazu schrie es, Ich hab's, ich hab's, ich habe einen Himmelsraketen mäßig prächtigen Gedankenkinderchen. Und er erklärte ihnen alles, was er vorhatte. Das war allerdings ein wunderbar schöner Plan. Peterchen freute sich gewaltig auf die Naturgeister und Anneliese auf die schöne Nachtfee. Der Sumsemann hatte zwar wieder Angst, denn die Bekanntschaft mit den Naturgeistern schien ihm gefährlich. Doch er unterdrückte es, tat mutig und fand den Einfall des Sandmännchens sehr schön. Der Sandmann aber zog jetzt eine riesengroße Taschenuhr aus dem Schlafrock, tippte mit dem Finger auf das Zifferblatt und sagte, gleich muss er da sein. Er meinte nämlich seinen Mondschlitten, mit dem er zum Schloss der Nachtfee fahren wollte. Und richtig, da kam auch schon etwas durch die Luft. Ein schneeweißer Schlitten war es, der von acht Nachtfaltern an silbernen Bändern gezogen wurde. Lautlos wie ein Wölkchen glitt er heran und hielt vor den Kindern. Die Nachtfalter hatten große, leuchtend grüne Augen und schlugen geheimnisvoll mit ihren schönen schimmernden Flügeln. Dazu bewegten sie ihre goldenen Fühlhörner, an denen gläserne Glöckchen klangen. Staunend sahen die Kinder dies. Aber es gab keine Zeit mehr, mit Verwundern zu verlieren. Der Weg, den sie zu fahren hatten, war weit. So nahmen sie alle schnell im Schlitten Platz. Man saß wie auf seidenen Wolken darin. Sandmännchen ergriff die Zügel, die Nachtfalter hoben die Schwingen, leise klangen die Glasklöckchen und fort ging die Fahrt über die Sternenwiese hin auf die Milchstraße zu, an deren fernem Ende das Schloss der Nachtfee lag. Die Schlittenfahrt auf der Milchstraße Noch nie sind Kinder so schön gefahren, wie Peterchen und Anneliese in Sandmanns Mondschlitten auf der Milchstraße zum Schloss der Nachtfee fuhren. Aus einem leise schäumenden Schaum war der Weg unter ihnen, glänzender als frischer Schnee und zarter als der Schaum der klarsten Wellen. Lautlos glitt der Schlitten auf diesem Zauberwege durch den Himmelsraum. Nur die kleinen gläsernen Glöckchen an den Fühlern der Falter klangen leise im Takt, so wie die schönen Tiere ihre Flügel hoben und senkten. Mächtige Bäume wuchsen zu beiden Seiten der Milchstraße, durchsichtig waren sie und mit großen weißen Blumen bedeckt. Das sind die Milchbäume, erklärte das Sandmännchen. Aus ihren Blumen tropft der süße Honig, den essen die Sternenmädchen, wenn sie hungrig sind. Unter diesen blühenden Alleebäumen ging es dahin und die weißen Blumen kamen den Kindern einmal so nah, dass Anneliese das Händchen ausstreckte, um eine solche Blüte abzuflücken. Sie bekam es zwar nicht fertig, denn der Schlitten fuhr viel zu schnell, aber alle Finger waren von dem herrlichen Milchstraßen Honig nass. Nun ging es ans Ablutschen. Peterchen machte natürlich auch Anspruch auf den Honig und Anneliese war gut. Sie ließ ihn drei von ihren Fingerchen ablutschen. Die anderen beiden aber, die größten, behielt sie doch für sich. Das war ihr gutes Recht. Wirklich, so etwas Süßes hatte sie noch nie geschmeckt. Jetzt kamen sie an einer Wiese vorbei, auf der sich eine Herde sehr sonderbarer Tiere tummelte. Beinah sahen sie wie Ziegen aus und beinah wie immerfort huschten sie herum, aber sie bewegten die Beinchen gar nicht dabei. Als ob ein Wind sie durcheinander wirbelte, sah es aus, und dazu meckerten sie, dass es klang, als ob tausend Kinder sich totlachen wollten. Es sind die Himmels Ziegen, erklärte das Sandmännchen, sie grasen hier den Mondspinat ab. Zu Weihnachten werden ihnen die goldenen Hörnchen abgebrochen. Dann Es gibt Milchstraßen Schlagsahne mit Himmels Ziegenhörnchen. Das schmeckt unbeschreiblich gut. Die Kinder konnten sich wohl denken, dass so etwas gut schmeckt. Und nun fuhren sie an einem sonderbaren See vorüber. Sein Wasser flimmerte wie geschmolzenes Silber, über das ein leiser Wind geht. Es war leuchtende Nebelluft, die leise Wellen schlug. In dem See wimmelte es von unzähligen kleinen Fischen, die funkelten wie bunte Flämmchen. Immer vor zuckten, huschten und zitterten sie herum. Totenstill war es dabei. Das ist der Tausee mit den Irrlicht Fischchen, erklärte der Sandmann. In jeder stillen Nacht kommt ein wunderschönes Mädchen leise an das Ufer des Tausees, das Taumariechen, die Tochter der Nacht weh. Mit einer Schale, die aus einem einzigen Diamanten geschnitten ist, schöpft sie aus dem See. Dann schwebt sie zur Erde hinab und sprengt den kühlen Tau über Gärten, Wiesen und Wälder, damit alle Blumen und Bäume, alle Gräser und Kräuter frisch und schön sind am Morgen. Manchmal geschieht es, dass einige von den funkelnden Fischen mit in die Schale mit dem Tau über die Wiesen gestreut und man kann sie in stillen Nächten huschen und funkeln sehen. Elmsfeuerchen sagen die Menschen oder Irrlichter. Und weiter ging die Fahrt. An der Weide der Himmelskühe und Mondkälber kamen sie jetzt vorüber, die wie große dicke Wolken herumrutschten auf den weißen Wiesen und immerfort fraßen. Nicht durchsichtig waren sie wie die Mondschäfchen und Himmelsziegen auf der anderen Weide, sondern große undurchsichtige graue Klumpen. Sie sind gar nicht beliebt bei den Sternchen, sagte der Sandmann, weil sie oft die Aussicht auf die Erde mit ihren dicken Bäuchen versperren, so dass die Sternchen ihre schlafenden Kinder dort unten nicht recht sehen können. Aber die Nachtfee braucht die Himmelskühe. Aus ihrer Milch wird die Mondbutter gemacht. Die braucht der Koch der Nachtfee zum Kuchen backen. Besonders für die schönen Mondscheinfladen, die es manchmal auf dem Kaffeeklatsch bei der Nachtfee gibt. Das Sandmännchen schmunzelte ordentlich bei dem Gedanken an die Mondscheinfladen. Sie waren nämlich sein Leibgericht. Und heute Nacht sollte es auch welche geben. Das hatte der Milchstraßenmann, der die Mondbutter liefern muss, verraten. Am Himmel gibt's doch viele gute Sachen, dachten die Kinder, so viel Gutes zu essen. Nur der Sumsemann saß hinten im Schlitten und sah etwas gelangweilt aus. Für ihn war das alles nichts. Kein einziges grünes Plättchen hatte er bisher entdecken können. Alles war von Silber oder von Zucker. Für Mondbutter, Sternblumen, Klee, Milchstraßen, Schlagsahne und Himmelsziegenhörnchen hatte er gar kein Verständnis als anständiger Maikäfer. Na aber schließlich brauchte er ja das Zeug nicht zu essen. Und hier war doch die Hauptsache, dass er, der Herr Sumsemann, sein Beinchen wieder bekam. Deshalb wurde die ganze Reise ja unternommen. Er war also die Hauptperson. Als er sich darüber klar wurde, sah er wieder sehr zufrieden und stolz aus. Am hundertsten Meilenstein fuhren sie eben vorüber, da fing es an zu schneien. Ein sonderbarer Schnee war das. Millionen Lichtflocken tanzten um sie her. Winzige, sprühende Sternchen. Sie stiebten so dicht um den Schlitten, dass man vor lauter Fünkchen nichts mehr sehen konnte. Da sind wir in eine Sternschnuppenwolke geraten, meinte das Sandmännchen, aber das schadet nichts, davon brennt man nicht an. Die Kinder fanden es sehr lustig. Sie griffen nach den Fünkchen und wollten gar zu gerne Sternschnuppenschneeböllchen daraus machen, aber das war nicht so einfach. Beinahe wäre Peterchen dabei aus dem Schlitten gefallen. Anneliese lachte immerfort und steckte die Zunge heraus in das Schnuppengestöber. Das prickelte nämlich so komisch. Nur dem Sumsemann war es wieder recht ungemütlich. Schneegestöber ist eben für Maikäfer etwas Gräuliches. Das kann man schließlich begreifen. Eben wollte er sich totstellen, da waren sie aus der Wolke heraus und vor ihnen lag das Schloss der Nachtfee, auf himmelhohen, silbergrauen Wolken, unbeschreiblich schön. Der Schlitten hielt am Fuße der Treppe aus weißem Glase, die breit zwischen den Wolken hinaufführte, zum Tor des Schlosses. Nun stiegen sie an der Hand des Sandmännchens die Treppe hinauf. Sehr feierlich war es. Das Schloss der Nachtfee In einem gewaltigen Saal ihres Schlosses empfing die Nachtfee ihre Gäste zum Mitternachts Kaffeeklatsch. Himmelhohe silberne Säulen trugen eine ungeheure Wolkenkuppel, von wehenden Nebeln wie von zarten Fahnen umschwebt. Der Boden war aus tiefblauem Kristall, so durchsichtig wie das Wasser des Meeres, wenn es ganz still liegt. Durch weite Eingänge zwischen den Säulen sah die Nacht herein, und in ihrer Unendlichkeit schwebten gleich große Blumen, tausende von Wölkchen und gaben ein zauberzartes Licht. Das Schönste aber war der Thron der Nachtfee in der Mitte des Saales. Aus einem einzigen grünen Edelstein waren seine Stufen geschnitten, aus Perlen war der Sitz, die Lehne aus Silber, und sieben blaue Sterne funkelten leise darüber in der Luft. Zu beiden Seiten dieses wunderschönen Thrones standen Reihen von silbernen Stühlen für die Gäste, die erwartet wurden. Die Nachtfee saß auf ihrem Thron als die Mitternacht nahte, eine leuchtende Mondsichel im schwarzen Haar, mit ihrem Königsmantel angetan. Neben ihr standen zwei Sternenmädchen in ihren Silberkleidern. Durch die Nacht des Hintergrundes aber zog ununterbrochen eine Kette winziger singender Sternenkinder. Die ganz ganz Kleinen waren es, die noch nicht beim Sandmännchen in der Sternenschule waren, weil sie noch keine Kinder auf der Erde zu beschützen hatten. Darum hatten sie auch noch kein Plätzchen am Himmel, von dem aus sie des Nachts auf die Erde hätten blicken und wachen müssen. Aber wunderschön singen konnten sie schon. Plötzlich klangen zwölf tiefe Glockenschläge durch den Raum. Die Nachtfee schlugte die Arme aus und sagte mit einer weichen von Wohlklang Wunderliebensstimme Mitternacht Die Welt schlief ein Frieden Frieden soll über ihr sein. Mit tausendfachem Echo nahm der Himmelsraum diesen Segensspruch auf. Von fernen Chören gesungen klang es immer weiter immer leiser Frieden Frieden soll über ihr sein. Dann wurde es ganz still. Still setzte sich die Fee wieder auf ihren Thron und ein gütiges Lächeln lag über ihrem blassen edlen Antlitz. Eine Zeit lang war tiefes Schweigen ringsum. Dann aber hörte man fernes Gerumpel das immer stärker wurde und schließlich als gewaltiger Donner heranbrüllte. Gleich darauf sprang mit einem schmetternden Schlage der Donnermann aus den Wolken am Eingang. Der erste der geladenen Gäste. Er hatte einen mächtigen Paukenklöppel in der Faust, schlug sich damit auf den Bauch, verneigte sich vor der Nachtfee und brüllte »Zum Donnerwetter da bin ich gekommen, habe mir keine Zeit genommen, bin gleich, weil du mich geladen hast, auf meiner Pauke hierher gerast. Mein Weib, die Blitzhexe, lässt dir sagen, sie hätte noch schnell mal wo ein zu schlagen und käme dann hinterher geritten. Derweil zu grüßen lässt sie bitten. Pots Himmelbomben Donnerwetter unterwegs überholte ich meinen Vetter den Hagelhans der muss gleich kommen hat ein graues Wolkenschiff genommen hat ein Loch an der Mondsichel ins Segel geschnitten lässt derweil durch mich um Entschuldigung bitten Pots Krach blipst Donner Bombschlag ich Während er dies sprach donnerte es immerfort sodass die kleinen Sternenmädchen neben dem Thron der Nachtfee ordentlich Herzklopfen bekamen aber der Donnermann war gar nicht böse dabei er lachte und verzog lustig den Mund von einem Ohr bis zum anderen die Nachtfee neigte ihr schönes Haupt zum Gruß gegen den wilden Mann und meinte mit freundlichem Lächeln er solle nur nicht gar zu viel donnern damit die Sternenkinder keine Angst bekämen Nun war der gutmütige Donnermann ganz verlegen und bullerte leise eine Entschuldigung Es war nämlich wirklich nicht so einfach für ihn sich das Donnern zu verkneifen besonders wenn er sich freute Da summte und pfiff es in der Luft und der zweite Gast kam die Wind Liese Auf einem Besen ritt sie sprang vor dem Thron der Nacht viel ab und während sie immerfort Knickse machte und im Kreise herum lief rief sie mit einer pfeifenden Stimme hui hui sumselei komm schnell auf meinem Besen herbei hab tausend Meilen zurückgelegt bin über Wiesen und Wälder gefegt hab an allen Türen und Fenstern gerüttelt hunderttausend Kirschen von den Bäumen geschüttelt hau sie sie die Windliese ist die die Windliese ist die die Nachtfee reichte ihr freundlich die Hand und während sich die Windliese mit dem Donnermann begrüßte die beiden waren natürlich sehr gut befreundet kam schon der dritte Gast herein es war die dicke Wolkenfrau sie sah aus wie ein Luftballon oder wie eine große Kaffeekanne sehr sehr komisch ihr Gesicht war wie ein Bratapfel so rund und auch so freundlich mit sehr gemütlichen langsamen Bewegungen kam sie bis dicht an den Thron der Nachtfee wippte mit ihrem aufgeplusterten Kleid einen komischen Begrüßungsknicks und sagte mit weicher molliger Stimme wie geht es am Himmel wie geht es auf dem Mond ich finde dass es sich immer noch lohnt liebe Nachtfee sie zum Kaffee zu besuchen sie haben ausgezeichneten Fladenkuchen ich hoffe nur dass die Sonne das Biest nicht auch etwa eingeladen ist hat mir neulich wieder durchs Kleid gebrochen und mich mit ihren Strahlen zerstochen die Nachtfee dankte für den Gruß der Wolkenbase und wies ihr den Platz neben dem Donnermann und der Windliese freilich die Sonne war auch eingeladen das erforderte die Sitte und Höflichkeit aber die Wolkenfrau beruhigte sich darüber da sie neben dem Donnermann und der Windliese sitzen konnte mit denen sie selbstverständlich in dicker Freundschaft lebte plötzlich zuckte es schwefelgelb durch den Raum und herein fuhr die Blitzhexe auf einem toten Baumast im gleichen Augenblick sprang der Donnermann mit einem fürchterlichen Donner von seinem Sitz umarmte sein Weib und tanzte mit ihr eine Weile im Saal herum sie machten dabei ein sehr gräuliches Getöse und einen schauderhaften Schwefelgestank ihre Freude war so groß dass sie sich nicht beherrschen konnten die Nachtfee hielt sich die Nase zu so schlecht roch es dann ließ die Blitzhexe den Donnermann los lief lief in zick zack linien vor dem thron und schrie mit schriller stimme sir sir liebe base da ist der blitz zerschlug nur noch schnell eine kirchsturm spitz hatte auftrag musste ihn erledigen schnell sir sir knacks knacks bin ich zur stell die Nachtfee verneigte sich und bat die blitzhexe freundlich etwas weniger Schwefelduft zu verbreiten da dies ihren sternen kindern und auch noch anderen von den geladenen herrschaften nicht gesund sei zum beispiel dem taumariechen der morgenröte und der abendröte der donnermann machte einen witz um den anderen zur wolkenfrau über die zimperlichen frauenzimmer am morgen und abend himmel die blitzhexe aber knickste eckig und schrie dazu sir will mich beherrschen hoffe es glückt wenn es mich auch drängt und zwackt und jückt den köstlichen feuerdoft zu verbreiten sir sir das sind nur kleinigkeiten dann zuckte sie in zickzack linien durch den saal und setzte sich dem donnermann auf den schoß ein leises regenrauschen wurde nun hörbar und eine sehr sonderbare erscheinung trat vor den thron der regenfritz schön war der regenfritz nicht so dünn wie ein lineal war er langes verwaschen blondes haar hing ihm strähnig über die triefaugen und die rote spitze schnupfennase einen mächtigen regenschirm hatte er zugeklappt unter dem arm und sein langer rock war patschnass von wasser wo er stand bildete sich sofort auf dem boden eine pfütze er machte eine linkische verbeugung vor der nachtfee zog seinen alten triefenden zylinder und sagte mit einer ölig flötenden melancholischen kreinstimme trüppelü tüpp tüpp liebe fee der nacht sie haben mir gütige einladung gemacht ich bin gerne gekommen tüpp tüpp tütti war ein weiter ritt auf dem paraplu hab zwar im mai sehr wenig zu tun hin und wieder mal trüppeln meist muss ich ruhen hab es aber eben noch erreicht und fünfzig neue leider milde durchweicht an siebzehn stellen sanft durch die decke geregnet tische stühle und betten mit pfützen gesegnet zwölf landpartien freundlich berieselt zweihundert kinderchen haben 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 mit schnupfen benieselt dreizehn handwerksburschen bis aufs hemd hab ich liebevoll durchschwemmt nun ja man muss eben zufrieden sein der mai ist trocken die arbeit klein die nachtfee ermahnte diesen seltsamen gast nachdem sie ihn begrüßt hatte auf der erde nicht nur possen und unsinn zu treiben sondern auch gutes zu tun und die gärten und felder ordentlich zu begießen und dann bat sie ihn hier in ihrem saal das regnen ein wenig zu unterdrücken und keine pfützen zu rieseln der regen fritz versprach und setzte sich zur wolkenfrau seit einiger zeit hatte man schon ein fernes brausen gehört das immer näher herans schwoll plötzlich flatterten alle schleier und nebelfahnen im saal die wolkenwände bewegten sich leise denn der sturm riese fuhr in den raum schwarz und riesengroß mit ungeheuren den bodenfegenden flügeln in seiner faust hielt er einen abgerissenen eichenast den schwenkte er zum willkommen und brüllte während sein mächtiger bat wie eine schwarze wolke um ihn her wehte puh da bin ich komm vom ozean schnallte meine schnellsten flügel an bin wie der teufel durch die luft gesaust durchs gebirg und urwald her gebraust ließ auf dem flug mir keine zeit weil ihre einladung mich furchtbar freut hab nicht wind noch wasserhose angezogen sie müssen verzeihen bin so geflogen er hatte wirklich nichts an nicht einmal den neuen wüstenwirbel wetterhut oder die föhnstiefel darum musste er sich jetzt hinter die wolkenfrau setzen nachdem er mit vielem getöse den donnermann die blitzhexe und die windliese sein weib begrüßt hatte nun kamen die drei eisgeschwister als erster der hagelhans mit seiner riesigen trommel er hatte ein blaues gesicht und kugelrunde glashelle augen in den grüne funken brannten sein haar war weiß wie schnee und seine uniform war blitzend von hagelperlen als er eintrat wurde es kühl und der regen fritz fing an zu niesen er konnte den hagelhans nicht besonders leiden weil der ihm immer beim begießen ins handwerk pfuschte der hagelhans klappte vor dem thron der nachtfee militärisch mit den hacken schlug einen wirbel zur begrüßung auf seiner trommel und schnarrte mit einer stimme die wie das rasseln von eisenketten klang schwistern gehörte und ein vornehmer himmelsfürst war lud sie ihn stets zu ihren festen und grüßte ihn auch jetzt mit höflichem verneigen kaum hatte er auf seinem stuhl neben dem sturmriesen platz genommen so kam seine schwester frau holle herein rundlich und weiß von oben bis unten war sie und sah eigentlich aus wie ein großes wandelndes bett mit zwei dicken weichen pantoffelfüßen immerfort ging ihr ein weißer nebel vom munde besonders wenn sie gehnte und sie gehnte nämlich schrecklich viel weil sie so müde war denn im frühling schlief sie sonst meistens nun verneigte sie sich vor der nachtfee und sagte ihren gruß dabei stieben ihr dichte flocken aus den röcken man verstand auch was sie sprach aber eigentlich war es lautlos gehaucht frau holle ist da frau holle ist da hab's beinah verschlafen frau nachtfee ja ja ich halte schon meine sommerruhe am nordpol meine bettentruhe ist sorgsam vor der sonne verschlossen sie hat unverschämt mit strahlen geschossen ich musste tief in das eisschloss fliehen um mich nicht zu verbrühen ja ja zu verbrühen dort schlief ich wie sieben murmeltiere weckte ein sternchen mich und brachte mir ihre einladung zu dem großen empfang besten dank liebe base besten dank besten dank und wieder knickste sie und wieder stob ihr eine wolke von schneeflocken aus den rücken die nachtfee reichte ihr die hand und sagte dass es schlagsahne auf eis geben würde das aß frau holle schrecklich gern und höchst vergnügt segelte sie zu ihrem stuhl neben dem hagelhans da kam auch schon der eismax heran der dritte der eisgeschwester mit klirrenden sporen und tausend klingenden funkelnden eiskristallen an seiner montur schritt er zum thron er schlug die sporen zusammen grüßte militärisch vor der nachtfee und schnarrte gnädigste nachtfee melde ihr horosamster stelle ihr reist mit letzter hafter schnelle zwar für mich ne ungewohnte zeit aber doch eisbär mäßig gefreut wo alle sich zum empfang einstellen darf der eismax selbst verständlich nicht fehlen bitte er jedenst eines nur etwas gekühlte temperatur und die sonne das reuliche weib mir nicht so nah auf den leib kann die person durchaus nicht vertragen kriert trief augen und weiche kragen janzer anzug schlägt jammerfalten kann monockel nicht mehr halten unausstehlich na überhaupt denke dass mir das jeder glaubt nachdem die nachtfee ihm versichert hatte dass er kühl und luftig weit ab von der sonne sitzen solle klirrte er salutierend wieder mit den sporen und legte ein blitzendes eisblumensträußchen auf die thronstufen dann ging er von platz zu platz machte den anwesenden seine ritterliche verbeugung und setzte sich schließlich nachdem er sich auch den hübschen sternmädchen am thron der nachtfee vorgestellt hatte auf die andere seite der frau holle jetzt quakte und patschelte es draußen der wassermann kam nämlich angeschlurft für den war es gewiss eine weite Fahrt gewesen er sah auch sehr angestrengt aus als er nun auf seinen breiten entenfüßen herein watschelte und mit den großen glotzaugen herumstreite wie der karpfen ur ur groß papa auf dem see grund wenn der wassermann nicht im wasser hockte war er nämlich ein wenig kurzsichtig und so wurde es ihm schwer sich zurecht zu finden in dem großen saal als er aber entdeckt hatte wer da war schlenkerte er zur begrüßung die langen froscharme nach allen seiten riß sein breites maul auf und quakte putsch putsch plut plut plubber quatsch pluts plut plubber quacks guten tags guten tags allerseits guten tags war ne weite beschwerliche fahrt musik die die nacht die sonne naht die königin des tages die ihr gleich war an rang und ansehen alle gäste erhoben sich mit ihr von den sitzen denn obschon sie die sonne zum teil nicht leiden konnten mussten sie jedoch als eine königin die schuldige ehrfurcht bezeigen da schwoll die musik heran wie ein wachsender sturm die wolken teilten sich und in einem strom von goldenem licht schwebte die sonne herein mit ihren töchtern und söhnen der morgen röte und der abend röte dem morgen stern und dem abend stern wunderschön war die sonne ihre augen strahlten machtvoll und lieb zugleich als ein mantel von flammen lag ihr locken haar um sie und in funkelnden garben brachen die lichtstrahlen aus der krone auf ihrem haupt an jeder hand führte sie einen ihrer söhne die schleppe ihres goldenen kleides aber trugen ihre lieblichen töchter so stand die sonne der nacht fe gegenüber und der saal war voll von ihrem licht langsam kam die nacht fe von ihrem thron herab der sonne entgegen auf ihrem schwarzen haar schimmerte die blasse mond krone sie breitete ihre arme weit aus und grüßte die sonne mit ihrer glockenschönen stimme willkommen mir schwester königin da neigte die sonne ihr haupt leise vor der majestät der nacht dann hob sie es leuchtend und sprach trunkenes leben gestellt und dann umarmten sich die beiden königinnen als die nacht fee die sonne umschlang ging alle glut unter in blauen nebeln und tiefe dämmerung sank in den raum und 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 die sonne ihre arme um die schultern der nacht fehl legte leuchteten alle dinge umher in ein meer von licht gebadet als diese begrüßung vorüber war nahm beide herrscherinnen auf ihren sitzen platz und auch die anderen gäste setzten sich wieder dabei war es sehr komisch wie der eismax hinter den rock der wolken frau kroch und wie frau holle hinter dem schirm des regen fritzen hervorschielte jetzt kam aber plötzlich eine sehr sonderbare gestalt hereingetöpelt der milchstraßen man er war anscheinend in großer wut und gar nicht festlich angezogen wie sich das gehört hätte die mütze saß ihm schief auf dem kopfe seine dicken mond leder stiefel waren schmutzig und einen ungekämmten schnurrbart hatte er auch unter dem arm trug er die große zwillings milch flasche und an einem bändchen hinter ihm zottelte der kleine bär den er eigentlich hätte draußen lassen müssen weil der immer schmutzige Pfoten hatte der kleine bär hütete einer falschen himmelswiese grasen wollten jetzt hatte er allerdings einen maulkorb um die nachtfee machte ein sehr erstauntes gesicht über den milchstraßen mann und wollte ihm etwas darüber sagen dass er nicht in solch einem aufzug kommen dürfe aber der ließ sie gar nicht zu wort kommen so aufgeregt war er und polterte sofort los Frau Nachtfee ich muss mich bitter beklagen die Milchstraße gerast dass sie mir das pflaster beschädigt haben und die meilensteine die bäume den graben das ist ein benehmen unerhört natürlich taten die gäste als wüssten sie von gar nichts besonders der sturm riese und der donnermann schüttelten ungläubig ihre wilden köpfe und taten so unschuldig wie kleine weiße lämmchen aber der milchstraßen mann schrie jawohl ich hab mich zu recht beschwert der sturm riese kommt da mit saus und summ und wirft mir drei schöne milchbäume um und die wolkenfrau die ist auch so eine hat mir alle meine meilensteine verwischt mit ihrem bluster röcken wenn nun ein komet geflogen kommt so kann er nicht lesen wie weit es gewesen er verirrt sich rennt gegen zäune und hecken und bleibt zuletzt noch im mondberg stecken dann beschwere ich mich über den regen fritzen er macht meine straße voller pfützen und hat mir die schöne milch verwässert mit seiner triefigen trüppelei es ist eine schande und schweinerei nun wollte sich der regen fritze auch beschweren der kleine bär hat mich aber gebissen und mir meine hose zerrissen meinte er weinerlich und zeigte ein groß mächtiges loch in seiner neuen regen hose die er sich extra zu dem heutigen besuch beim wolkenschneider hatte machen lassen ausgelacht wurde er obendrein vom milchstraßen mann als der donner mann aber auch lachen wollte weil das loch in der hose des regen fritzen sehr komisch aussah fuhr der milchstraßen mann herum wie von einer wespe gestochen und nun ging's los der donnermann braucht hier gar nicht zu lachen und sich über die anderen lustig zu machen er hat sich furchtbar schlecht betragen hat blödsinnig gebumst und gedonner kracht und die himmels ziegen mir scheu gemacht das ist ihm nicht aus versehen passiert er hat sich so vorlaut aufgeführt dass man wirklich Angst vor dem Bullern bekam und nun erst sein Weib wie die sich benahm kam immer so zickzack daher geschlenkert und hat mir die ganze Allee verstenkert ist das ein anständiges Ehepaar er war ganz außer Atem vor Zorn geraten und sah puderrot im Gesicht aus natürlich wollten ihm alle Gäste widersprechen aber er ließ niemanden zu Wort kommen und tobte weiter Frau Nachtfee ich schwöre alles ist wahr sie haben noch viel mehr angerichtet der Hagelhans hat mir die Schoten vernichtet und der Wassermann kam da angeplanscht hat mir alle Gräben über puncht hat vier Wiesen am Tausee überschwimmt und ich hatte sie so schön eingedämmt auch der Eismax muss sich bescheidener führen er darf nicht so viel mit den Sporen klirren drei Mondkelbern hat er den Kopf verdreht und Frau Holle hat ein Stück Straße verweht sie tun mir unrecht zu ihrem Vergnügen Frau Nachtfee man kann das Lütütüt kriegen vor Ärger wenn man es richtig bedenkt und keiner hat mir ein Trinkgeld geschenkt weiter konnte er nicht mehr schimpfen die Stimme schnappte ihm über und er musste husten so aufgeregt war er die Nachtfee aber machte ein sehr böses Gesicht weil der Milchstraßen Mann im Recht war denn es ist gewiss nicht sehr höflich wenn man eingeladen wird solchen Unfug auf der Straße zum Schloss des Gastgebers zu machen als die wilden Gäste sahen wie ernst die Nachtfee wurde beeilten sie sich sehr den Milchstraßen Mann um Entschuldigung zu bitten und versicherten ihm alle durcheinander dass sie den Schaden gerne ersetzen würden wie die Nachtfee es wünschte damit war denn der gute Milchstraßen Mann auch beruhigt besonders ein großes Trinkgeld vom Eismax besänftigte ihn sehr und er trottete mit dem kleinen Bären zufrieden ab Der Ärger des Milchstraßen Mannes war wirklich sehr begründet gewesen draußen auf der Milchstraße hatte der brave jetzt nämlich viel zu tun die Unordnung die alle diese herantobenden Naturgewalten mit ihrem Ungestüm an dem schönen Nachthimmel angerichtet hatten war sehr groß und der Nachtfee verantwortlich für die Ordnung dort war der Milchstraßen Mann es war seine Schuld wenn auf der Milchstraße nicht alles blitzeblank und gut gefegt war mit dem Himmelsbesen und wenn die Meilensteine nicht richtig funkelten und wenn die Himmelsziegen und Mondkälber den falschen Nachtgläh grasten oder gar ein kleines Lämmerwölkchen in die Silberwolle zwickten dass es an der Stelle trübe Fleckchen bekam ja ja groß sind die Sorgen des Milchstraßen Mannes Die Ankunft der Kinder im Schloss der Nachtfee Alle Gäste der Nachtfee waren nun eingetroffen und nur das Sandmännchen fehlte noch in dem großen Kreise Es war sonst immer sehr pünktlich und daher wunderte sich die Nachtfee und wollte eben ein Sternchen damit beauftragen einmal durch das große Wolkenfenster die Milchstraße entlang zu gucken ob denn das Sandmännchenschlitten noch nicht zu sehen sei Da kam plötzlich der Milchstraßen Mann wieder herbeigelaufen und lachte so fürchterlich dass er kaum noch Luft bekam Ganz krumm stand er da und trat immer von einem schon wieder los sei und alle anderen natürlich auch aber der Milchstraßen Mann bekam vor Lachen kaum ein Wort heraus man verstand nur den einen Satz Frau Nachtfee das Sandmännchen ist verrückt ich glaube er hat den Mondstich gekriegt dazu wies er mit der Hand immerfort nach dem Eingang hinter sich und richtig da kam das Sandmännchen schon herein allerdings mit einer Begleitung die höchst erstaunlich war zwei Kinder im Nachthemd und ein Maikäfer einen Augenblick lang war alles stumm vor Erstaunen dann aber ging ein ungeheures Getöse los der Sturm Riese heulte vor Lachen der Donnermann trommelte sich den Bauch und hätte sich beinahe an einem Dönnerchen verschluckt der Wassermann quakte wie ein betrunkener Frosch der Regen Fritz jaulte vor Freude wie ein verstimmter Leierkasten die Blitzhexe schrie und stank die Wind ließe pfiff und summte der Eismann meckerte wie ein Ziegenbock vor Vergnügen kurz es war ein Höllenlärm in dem allem stand das Sandmännchen ganz ruhig hatte die beiden Kinder jedes an einer Hand den Maikäfer hinter sich an seinem Schlafrock Zipfel und sah sehr klug aus es dachte das Getöse wird sich schon legen so war es denn auch die Nachtfee stand auf und reckte die Hand aus da waren alle still und nun fragte sie was das zu bedeuten habe zwei Kinder im Nachthemd und ein Maikäfer hier in ihrem Schloss beim Fest der Naturgeister jetzt trat das Sandmännchen vor verneigte sich und erzählte klar und einfach wer dieser Maikäfer sei und was die Kinder hier natürlich war nun das Erstaunen noch größer aber es lachte keiner mehr sondern alle waren von dem Mut der Kinder entzückt besonders der Eismax der sich so nah herandrängte um Peterchen zu betrachten dass ihm beinahe der Schnurrbart von der Sonne abgeschmolzen worden wäre die die Nachtfee sah den Käfer an da hast du also wirklich zweiartige Kinderchen gefunden die so viel Mut haben und so viel Liebe zu den kleinen Tieren dass sie so große Gefahren bestehen wollen für dich mein Käferlein fragte sie zu dienen zu zu dienen Frau Nachtfee stotterte der Sumsemann zitternd vor Aufregung und machte mindestens sechs Kratzfüßchen hinter dem Rücken des Sandmännchens Donnerwetter hat der Kerl ein Glück bullerte der Donnermann kolossal schnarrte der Eismax und alle anderen waren derselben Ansicht die Nachtfee aber kam herunter von ihrem Thron nahm die Kinder in die Arme und küsste sie auf die Stirn fürchtet ihr euch denn gar nicht ihr klein wesen fragte sie Anneliese sagte nichts sie fasste Peterchen nur bei der Hand und machte ganz große Augen Peterchen aber schüttelte energisch den Kopf und zog sein Holz Schwert Angst haben sie nicht meinte der Sandmann schmunzelnd er hatte es ja schon verschiedene Male festgestellt man konnte ihm auch wirklich glauben denn Peterchen stand wie ein kleiner Soldat so stramm mit seinem Schwert vor der wilden Gesellschaft im Saal das machte natürlich dem Eismax viel Vergnügen und auch der Morgenstern und der Abendstern die Söhne der Sonne blinzelten sie an der Junge gefiel ihnen wirklich gut sagte die Nachtfee und strich Peterchen über den Kopf denn nun sollten sie ihr Abenteuer mit dem Mondmann mit Hilfe der großen Naturkräfte bestehen weil es wirklich ein sehr gefährliches Abenteuer war Sturmriese Donnermann und Wassermann wurden also von der Nachtfee gefragt ob sie den Kindern helfen wollten natürlich wollten sie es und der Donnermann dem das viel Spaß machte trat ganz dicht an Peterchen und Anneliese heran um zu prüfen ob es mit der Furchtlosigkeit auch wirklich stimmte Potzknacker Kneblein er will es wagen kann er denn einen kräftigen Donner vertragen bullerte er Herr Donnermann ich habe keine Angst meinte Peterchen unerschrocken und nahm Anneliese dicht in seine Arme Mums da gab es plötzlich einen fürchterlichen Donnerschlag dass der Boden der Halle bebte und die Säulen der Kuppel anzuklingen fingen aber Peterchen stand mutig vor dem wilden rothaarigen Donnerriesen und sagte das war doch gar nichts Herr Donnermann mach's ruhig nochmal auch Anneliese hatte keine Miene verzogen sie hielt dem Donnermann nur einen rotbäckigen Apfel zur Besänftigung unter die dicke Nase dass jetzt der Donnerriese sich freute war selbstverständlich er fraß den Apfel schmunzelnd auf meinte dass Peterchen Artillerie General werden würde und schwor ihm gegen den Mondmann zu helfen ebenso tat der Sturmriese nachdem er einen plötzlichen fürchterlichen Wirbelwind mit vollkommener Finsternis gemacht hatte ohne die Kinder umzublasen oder auch nur zu erschrecken auch der Wassermann versprach ihnen seine Hilfe weil er von den Wassernixen wusste dass die Kinder nicht wasserscheu wären und dass sie Schwamm Badewanne Seife und Zahnbürste tüchtig gebrauchten als Peterchen ihm gar sagte dass er schon schwimmen könne wie ein kleiner Frosch war der dicke Wassermann vollkommen zufrieden und rutschte quaksend wieder in seine Wanne zurück so war auch diese Probe glücklich überstanden nur der Maikäfer war schon anfangs bei dem großen Donner umgefallen und hatte die ganze Zeit auf dem Rücken gelegen das war aber gleichgültig er hatte zum gelingen der Fahrt nichts zu bedeuten da es nur auf den Mut der Kinder ankam die halfen nun dem umgefallenen zitternden Sumsemann freundlich wieder auf die Beine von dieser Hilfsbereitschaft war die Nachtweh und besonders die Sonne sehr erfreut jetzt aber sollte die Reise schnell fortgesetzt werden denn bis zum Mondberg war es noch sehr weit und vor Tag mussten Peterchen und Anneliese wieder in ihrem Bettchen auf der Erde sein sonst hätten sie nie mehr zurück gefunden da gab's nur einen Rat sie mussten auf dem großen Bären zum Mond hinüber reiten der konnte nämlich furchtbar schnell laufen also befahl die Nachtfee den Milchstraßen Mann schleunigst den großen Bären herbeizuholen der Milchstraßen Mann bekam einen Schreck und meinte das ginge heute nicht weil der Bär sehr böse sei grüne Augen habe und selbst ihn den Milchstraßen Mann beim Füttern beinahe gebissen hätte er solle den Bären nur aus dem Stall holen befahl die Nachtfee man würde ihn schon zähmen können so trottete der Milchstraßen Mann zum Bärenstall um das Ungetüm loszubinden und herbeizuführen er musste gehorchen die Nachtfee aber gab nun dem Sandmännchen den Auftrag den Kindern weiter als Führer zu dienen er solle den Bären zunächst nach der Weihnachtswiese auf dem Mond lenken dann solle die Reise über die Mondhügel Täler und Wiesen am Osternest vorbei bis zu der silbernen Riesenkanone gehen die am Fuße des höchsten Mondberges steht in diese Kanone müssten die Kinder und der Maikäfer hineingeladen und auf den Berg hinauf geschossen werden denn anders könnten sie nicht hinauf kommen oben auf dem Berge aber sei das Abenteuer mit dem Mondmann zu bestehen bis dahin solle Sandmännchen helfen und gern sagte er es zu alles dies nach der Ordnung zu besorgen denn es hatte die beiden Hemdenmetze schon schrecklich lieb weil sie so brav und mutig waren nun kam der große Bär vom Milchstraßenmann an der Kette geführt durch die Wolken herbei ein riesengroßes Schneeweiß war sein Fell und dick und zottelig er war größer als der größte Elefant und wenn er brummte klang es beinahe wie das Bullern vom Donnermann so stand er mitten im Saal brummte und klotzte böse mit leuchtenden grünen Augen umher der Milchstraßenmann machte ein sehr besorgtes Gesicht zu der Geschichte er wusste ganz genau wie stark der Bär war und was er für grimmige Zähne hatte er musste erst besänftigt werden denn so hätte man ihn gewiss nicht besteigen können da hatte der Sandmann wieder einen guten Gedanken die Kinder sollten ihm Äpfelchen zu fressen geben der Bär war nämlich ein großer Schlecker Fritze das wusste Sandmännchen von den Sternen die ihm manchmal ein wenig Milchstraßen Honig zu lecken gaben wenn sie ihm im Fell wühlen wollten Peterchen ging dann auch gleich mit einem Apfel in der Hand auf den Bären los alle guckten es war wirklich ein sehr spannender Augenblick als das großmächtige Ungetüm dem kleinen Peterchen gegenüber den Rachen aufriss und wild mit den bösen Augen klotzte schwupp schwupp flog ihm der Apfel gut gezielt in den weiten roten Schlund schwupp klappte der Rachen zu und das war sehr komisch abwechselnd grün und rot wurden die Augen als wüsste der Bär nicht ob er noch böse oder schon gut sein sollte seht ihr halb ist er schon bezähmt und gut rief das Sandmännchen sehr vergnügt und nun schnell noch ein zweiter Anneliese stellte sich auf die Zehenspitzen mit einem Apfel im Händchen sie war wirklich noch sehr klein denn sie reichte lange lange nicht hinauf bis an den großen Rachen der über ihr auf klappte als der Duft vom Äpfelchen kam also hob das Sandmännchen die kleine tapfere Anneliese hoch dass sie ordentlich zielen konnte und Haps hatte der Bär das Äpfelchen verschluckt in demselben Augenblick bekam er rote gutmütige Augen und leckte sich zufrieden wie ein kleiner Hund die Schnauze das war eine Freude er kann auch Kunststückchen machen sagte der Milchstraßen Mann natürlich musste er Peterchen nun die Pfote geben und vor Anneliese gar ein Männchen machen oh wie das aussah bis oben in die Kuppel des Saales reichte er hinauf als er sich gutmütig aufrichtete vor Anneliese die wie ein winzig winzig kleiner weißer Floh vor ihm stand in ihrem Hemdchen der Eismax war ganz begeistert von der Kühnheit dieses kleinen Mädchens er kam und küsste ihr die Hand wie einer großen Dame schmerz war Anneliese natürlich wieder ein bisserl verlegen es gab aber jetzt keine Zeit mehr zu verlieren der Milchstraßenmann kam schon mit einer Leiter zum Aufsteigen herbei während die Kinder der Nachtfee und ihren Gästen Ade sagten eine Menge Küsschen bekamen sie dabei von allen Peterchen dachte der von Taumariechen hat am besten geschmeckt wunderschön und der von der Blitzhexe am schlechtesten so bissl brenzlig Anneliese fand den Kuss vom Morgenstern am schönsten und den vom Regenfritzen gar nicht sehr schön so ölig heimlich wischte sie sich das Mäulchen ab aber ganz heimlich nur denn es war doch sehr nett dass alle diese wilden Wesen so freundlich zu ihnen waren man durfte sie gewiss nicht beleidigen inzwischen hatte der Milchstraßenmann die Leiter an den großen Bären gelegt und nun kletterten die vier auf den Rücken des gewaltigen Tieres Sandmännchen saß vorn und lenkte ihn bei den Ohren dann kam Peterchen dann Anneliese und ganz zuletzt der Maikäfer der wieder ein bedeutende Angst hatte und so dicht an Anneliese heranrutschte als es nur irgend möglich war als sie sicher dort oben im weichen Fell saßen winkte ihnen die Nachtfee mit allen ihren Gästen noch einmal lieb und freundlich zum Abschied und dann ging's los Hopp Petz rief das Sandmännchen Der gewaltige Bär schnaufte einmal und noch einmal wie eine Lokomotive und stürmte aus dem Saal über die Wolkenberge die das Schloss trugen hinaus ins Weite so rasend schnell dass den Reitern fast Hören und Sehen verging Der Ritt auf dem großen Bären Ja das war ein Ritt Von der Geschwindigkeit entstand ein Summen und Brausen um die vier Reiter dass man denken konnte ein Sturm käme daher Helle Funken stoben dem Bären aus dem Rachen und glühten hinter ihm als eine schimmernde Lichtbahn durch den pechdunklen Weltenraum Dicht aneinander geschmiegt saßen sie tief auf das weiße Bärenfell gebeugt Kein Wort konnten sie sprechen Sandmännchens Zipfelmütze flog wie eine kleine Fahne im Sturm und Anneliese musste ihr Püppchen schrecklich festhalten sonst wäre es ihr fortgepustet worden So ging es eine ganze Weile Da kam ihnen etwas durch die Nacht entgegen Ein riesengroßer leuchtender Klumpen näher und näher Es sah aus wie ein Kopf mit einem wehenden weißen Bart der viele hundert Meilen lang war Ein Komet war es der um den Mond herum geflogen war und ihnen nun auf seiner Reise begegnete Gut nur dass sie auf dem großen Bären ritten denn sonst wäre diese Begegnung sehr gefährlich gewesen Als nämlich der Komet immer näher kam sahen sie dass er seinen Weg gerade auf sie zunahm Plötzlich aber stieß der Bär ein drohendes Gebrüll aus und schnaubte ganze Ströme von Funken vor sich her während er seine furchtbaren Zähne zeigte Da wich der Komet schnell aus und sauste neben ihnen vorbei sonst hätte er sie ganz gewiss über den Haufen geflogen Unheimlich sah er aus Einen Kopf hatte er wie glühendes Eisen mit flatternden Haaren von grünem Feuer Schwefelgelbe stechend helle Augen hatte er keine Arme und Beine sondern nur den langen wohl tausend Meilen langen Flammenbart hinter sich her So schoss er vorüber hier wo es keinen Weg und Steg mehr gab in der großen Nacht und die Kinder merkten schon wie gut es war dass die Nacht Fee ihnen ein so gewaltiges Reittier gegeben hatte vor dem selbst der Komet Angst bekam es sah aber auch sehr gefährlich aus als der große Bär die Zähne zeigte die wie eine Reihe blanker Säbel durch den roten Funkendampf aus seinem Rachen blitzten husch war alles wieder vorbei und weiter ging der Ritt auf den Mond zu dem man nun schon ganz nah war er wurde immer größer so groß wie der halbe Himmel war er schon und sie merkten dass er ganz ähnlich aussah wie die Erde die da weit weit unten in der Tiefe des Himmelsraums lag als ein kleiner runder 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 Fleck da landete der Bär auch schon mit einem kühnen Satz auf dem Monde aus einem seltsamen lichten Gestein war alles ringsum Berge gab es Täler und große Ebenen in denen seltsame Pflanzen wuchsen die Berge waren weiß wie von Silber und die Ebenen gelb wie von Gold Summen ging es durch ein langes Tal dahin aber ehe sie sich noch recht besonnen hatten rief das Sandmännchen schon Halt Pätz und sie hielten vor einem großen Felsentor Absteigen sagte der Sandmann und sie kletterten von ihrem treuen Reittier herunter Der Bär blieb vor dem Tor ein wenig abseits und schnupperte dort an den sonderbaren Mondblumen herum die aussahen als wären sie aus blauem Porzellan Sandmännchen aber trat mit den Kindern dicht an das Tor über dem mit grünen Edelsteinen geschrieben stand Eingang zur Weihnachtswiese Rechts an der Seite war ein kleiner Funkenknopf im Felsen daneben stand Klingel zum Weihnachtsmann und jetzt kam der große Augenblick das Sandmännchen strich sich den Schlafrock glatt machte ein sehr feierliches Gesicht hob bedächtig den Zeigefinger und drückte auf den Knopf da ertönte ein wundersames läuten von innen goldene Glocken mussten es wohl sein und lautlos öffnete sich das Tor mildes Licht von Millionen Kerzen die man nicht sah floss ihnen entgegen und an der Hand des Sandmännchens traten sie mit klopfendem Herzen über die Schwelle zur Weihnachtswiese die Weihnachtswiese Hier waren noch niemals Kinder gewesen Es war ein unbeschreibliches Glück für die beiden kleinen Reisenden das ihnen die Nachtfee erlaubte dies zu sehen Der Maikäfer durfte übrigens auch mit denn es wäre doch leicht möglich gewesen dass der große Bär ihn tot trat oder vielleicht gar aufraß wenn er mit ihm eine Weile allein geblieben wäre Ganz bescheiden krabbelte also der Sumsemann hinter den Dreien her als sie nun auf einem Gold Kies Weg zwischen kleinen grünen Tannenbäumchen weiterschritten Die Luft war erfüllt von herrlichem Kuchenduft Alle Kuchen der Welt schienen hier zu sein Besonders nach Pfefferkuchen roch es Ein warmer leiser Wind der in den Zweigen der kleinen Tannen säuselte trug ihnen diesen prächtigen Duft zu Selbst das Sandmännchen bekam davon Kuchen Appetit Es wischte sich den Mund sehr umständlich und tat so als es niesen müsste damit man nichts merken sollte Der Weg auf dem sie durch das Tannenwäldchen ging war mit vergoldeten Schokoladen Schokoladen Schokoladenplätzchen Kies bestreut Das roch natürlich auch gut Anneliese schnabulierte mal schnell ein Plätzchen und Peterchen auch Wirklich es waren Schokoladenplätzchen und was für welche Nun waren sie aus dem Wäldchen heraus Einen Augenblick blieben sie stehen vor Erstaunen ganz starr über das was sie jetzt vor sich sahen Kein Traum hätte jemals etwas so Schönes zaubern können Eine weite weite Landschaft lag vor ihnen Gärten und Felder Wälder und Wiesen Hügel und Täler Bäche und Seen von einem goldenen Himmel hoch überspannt Eine Spielzeug Landschaft war es die fast so aussah wie eine richtige Landschaft und doch anders ganz anders viel viel zauberhafter Nicht wie in einer gewöhnlichen Landschaft wuchs da Kartoffeln oder Bohnen Gras oder Klee sondern hier wuchs das Spielzeug Alles was man sich nur irgend denken kann wuchs hier Von den Soldaten bis zu den Püppchen und Hampelmännern von den Murmelkugeln bis zu den Luftballons Auf bunten Feldern und Wiesen in niedlichen grünen Gärten an Sträuchern und Bäumchen überall spröste blühte und reifte es Eine Bilderbücherwiese war da auf der alle Bilderbücher wie Gemüse wuchsen das sah sehr bunt und vergnügt aus manche waren noch nicht entfaltet und wie Knospen in ihren Hüllen kleine Rollen in allen Farben manche waren schon auf schaukelten im Winde und blätterten um daneben sah man Beete mit Trompeten und Trommeln wie Kürbisse und Gurken kamen sie aus der Erde hervor nicht weit davon waren große Rasenfelder mit Soldaten bewachsen die zum Teil schon weit aus der Erde heraus guckten zum Teil noch bis zu dem Hals darin steckten oder erst mit der Helmspitze hervorsahen wie kleine Spargel dann war da ein Feld auf dem die Pelzbeeren wuchsen ein kleiner Garten mit großen und kleinen Sträuchern an denen Bonbons in allen Farben und Größen wuchsen kleine Teiche von roter und gelber Limonade glänzten zwischen Schilfwiesen in denen aus dem raschelnden Halm silbrige Schilfkeulen wuchsen die Zeppelin Ballons niedliche summende Flugmaschinen flogen dort als Libellen herum ganz besonders schön waren auch die großen Tannen an denen die vergoldeten Äpfel und Nüsse wuchsen und die Pfefferkuchen Bäume sie standen meist in Gruppen auf kleinen runden Plätzen mit Krachmandel Kies überall hört man in den Bäumchen und Sträuchern eine süße Schwitscher Musik die kam von den bunten Spielzeug Vögelchen die zwischen Pfefferkuchen Zweigen und Bonbon Knospen herum huschten sie hatten dort ihre Nesterchen in denen sie fleißig Pfefferminz Plätzchen legten viele brüteten auch damit noch mehr Vögelchen zu Weihnachten auskröchen sie sind ja sehr beliebt bei den Kindern auf der Erde besonders wenn sie mit Plätzchen gefüllt sind man weiß das das schönste aber was man hier sehen konnte war eigentlich der Puppengarten ein ganzer Wald von bunten Büschen und Bäumchen auf grünem Sammetrasen von einem goldenen Zaun umgeben an den Büschen und Bäumchen saßen Tausende und Abertausende von Puppen und Püppchen wie kleine Blumen wuchsen sie an den Zweigen zuerst nur Knospen von Sammet oder Seide dann Blümchen mit kleinen Gesichtern in der Mitte und dann endlich Püppchen oder Puppen mit Haar Schuhen und Schleifen in allen Größen und Farben An feinen silbernen Stielen hingen sie von den Zweigen und konnten abgepflückt werden Ein kleiner See war auch im Puppengarten ganz bedeckt mit wunderschönen Wasserrosen wenn die aufblühten und ihre weißen oder gelben seidenen Blätter auseinander falteten so gab es einen kleinen klingelnden Knall und in der offenen Blume lag ein rosiges Badepüppchen sehr lustig war das ja und dann gab es noch einen kleinen seltsamen Wald ein wenig versteckt in einem tiefen Tal so seitwärts hinter einer Marzipanschweine Züchterei ganz kahl war es da ohne ein Blättchen nur Bäumchen mit Ruten immerfort pfiff ein Wind dass die Ruten sich bogen kein Vögelchen zwitscherte kein Flugmaschinchen summte es war nicht sehr freundlich in dem Wald man brauchte ihn eigentlich auch gar nicht zu bemerken so versteckt lag er aber er war doch da auf der Weihnachtswiese der Ruten Wald Man kann sich wohl denken wie den Kindern zumute war als sie alle diese zauberhaften Dinge sahen während sie an der Hand des Sandmännchens über Krachmandel und Schokoladenwege über Zuckerbrücken und Marzipanstraßen hinwanderten zu einem kleinen sanft leuchtenden Berge der die Mitte des Ganzen bildete dort liefen alle Wege und Straßen zusammen auf einen von Tannenbäumchen umhegten Platz auf diesem Platze aber ja das war das allerschönste stand die goldene Wiege des Christkindchens neben der Wiege auf einem schönen himmelblauen Großvaterstuhl saß der Weihnachtsmann in seinem pelz verbrämten Rock mit einer silbergrauen Pudelmütze und schneeweißem Bart er hatte eine lange schöne Pfeife mit bunten Trotteln im Munde aus der ab und zu großmächtige Wolken in die Luft paffte dazu wiegte er leise die goldene Wiege und über der Wiege schwebte still ein leuchtender Heiligenschein es war sehr feierlich es war sehr schön nun sah der Weihnachtsmann die kleinen Besucher die da ankam ein freundliches lächeln huschte über sein Gesicht er wusste schon Bescheid stand auf kam ihnen entgegen und sagte ei das ist mir eine freude guten tag ihr lieben kinderchen beide und sandmännchen und maikäfer man willkommen hier auf der weihnachtswiese und 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 dann gab ich 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 ihr macht eurem mütterchen freude die kinder erinnerten sich natürlich ganz genau wie der weihnachtsmann damals gekommen war mit nüssen und äpfeln und das weihnachtsbäumchen gebracht hatte wahrscheinlich hat er auch die vielen anderen schönen sachen gebracht die nachher auf dem weihnachtstisch schlagen das dachten sie sich jetzt nachdem sie gesehen hatten dass hier alles spielzeug wuchs der weihnachtsmann hatte nämlich damals lange mit muttchen gesprochen nachdem sie ihren spruch so schön hergesagt hatten und dann aus einem groß mächtigen sack der ihm über den rücken hing alles mögliche heraus genommen muttchen hatte das schnell in die weihnachtsstube gebracht dann hatte der weihnachtsmann genickt genauso freundlich wie jetzt und war verschwunden natürlich kannten sie ihn und so fasste peterchen sich mut erzählte was er vom vorherigen weihnachten wusste und anneliese nickte eifrig mit dem kopf dazu ja es stimmte der weihnachtsmann bestätigte alles so freundlich dass die kinder jede scheu verloren und sich zutraulich an ihn drängten ein ein sehr spaßiges da peterchen mußte plötzlich laut lachen der weihnachtsmann aber erklärte das sei das pfefferkuchen männchen sein gehilfe der schrecklich viel zu tun hätte mit dem begießen und pflegen all der schönen sachen davon wäre er zu weihnachten so mürbe und braun das männchen sprang zwischen den bäumchen herum wie ein kleiner floh und begoss mit zuckerwasser am meisten aber waren die kinder jetzt neugierig auf das christkindchen auf den zehenspitzen schlichen sie näher denn der weihnachtsmann sagte es schläft um sich das herz zu stärken zu allen seinen liebes werken der weil muss ich es wiegen und warten hier oben im stillen weihnachts garten und wenn unsere stunde gekommen ist in der winterzeit zum heiligen christ dann weck ich es ganz leise leise und wir machen uns auf die weite reise durch nacht und wälder durch schnee und wind dort wo artige kinder sind ja da lag es tief in den schnee weißen kissen mit goldblonden strahlenden locken und schlief die kinder falteten leise die Hände und knieten ganz von selbst neben der wiege nieder so schön und so heilig war es als sie aber nieder knieten kniete auch der weihnachtsmann und das pfefferkuchenmännchen mit ihnen in demselben augenblick ging ein wundersames klingen durch die luft als wipfel noch noch jaja noch ein frisches pfefferkuchenpäckchen ins körbchen dann nickte er dem sandmännchen zu setzte sich in seinen großvaterstuhl paffte riesengroße steingraue wolken aus der pfeife und wiegte das heilige kindchen dazu sprang das pfefferkuchenmännchen im hintergrund zwischen den tannen umher begoss und sang sein liedchen so war alles wie vorher die drei abenteurer aber eilten mit dem sandmännchen zum eingangstor zurück über die zuckerbrücken und schokoladen wege schnell schnell besonders der sumsemann hatte es eilig dabei denn ihm hatte es am wenigsten gut gefallen gar nichts war dabei gewesen für ihn lauter zucker marzipan mandeln rosin limonade schokolade kein plättchen gab es nur tannen bonbon sträucher und pfefferkuchen bäume nein solche gegend passte ihm nicht er hatte allerdings einen kameraden gefunden einen spielzeug maikäfer aber als er sich ihm vorstellte wie sich das gehörte hatte der kerl bloß gerasselt und geklappert mit seinen beinen und flügeln nicht einmal anständig summen konnte er natürlich er war aus blech und hatte statt eines klopfenden ritterlichen käferherzens nur ein paar blecherne räder und eine uhrfeder in der brust aber sechs beinchen hatte dieser blech kerl das war wirklich ärgerlich er ein echter maikäfer wurde von dem rasselfritzen mit einem beinchen übertroffen so packte ihn wieder die grimmigste sehnsucht nach seinem beinchen und emsig wie ein feuerwehrmann wenn's brennt lief er neben den kindern her endlich ging's ja jetzt zum beinchen zum mondberg zur erfüllung des großen wunsches der sumse männer da taten sich vor ihnen auch schon die tore auseinander der bär stand schnaufen zum ritt bereit und schüttelte vor freude den dicken kopf dass seine kleinen reiter wieder bei ihm waren schnell saßen sie auf seinem rücken im weichen fell vor ihnen lag die weite mondlandschaft hinter ihnen schlossen sich leise die Tore der weihnachtswiese und fort ging es über den watte weißen sonderbar schimmenden boden des mondes dem großen berg zu der mit seinen seltsamen formen wie ein riesenhafter schlagsahnekegel vor ihnen in der ferne lag das osternest hoppla hoppla holte die polter ging's durch die mondgegend das nur so die steinchen stiebten ja waren es eigentlich steinchen es klang manchmal wie glas wenn der bär mit seinen tatzen so ein stück mondkruste abschlug und sah aus wie zucker manchmal knisterte es wie schnee und staubte um die reiter her dass sie die augen zumachen mussten und manchmal war der boden glatt und weich wie Gummi der unter jedem Tritt wippte und schwippte dann machte der Bär kannte die landschaft aber und rief immer vorher zur warnung achtung kopfbeugen dann ging es über so ein krustengebiet die kristalle sausten und prasselten ihnen um die ohren dass sie sich tief auf das dichte feld des bären ducken mussten um nicht beulen am kopf zu bekommen oder er rief achtung augen zu dann stürmte der bär durch eine mondwüste dass sie hinterher wie die müller jungen aussahen von dem weißen staub oder es hieß festhalten gummiteich dann ging es über so eine schwappel gegend auf und nieder wipp und wapp dass man denken konnte der bär sei vollständig betrunken als sie aber bescheid wussten wie man sich zu verhalten hatte machte es natürlich großen spaß und sie mussten schrecklich lachen besonders wenn eine gummig als der bär mit ihnen auf diesem gummiteich vollführte gab es doch sonst nirgends auf der ganzen welt das kann man sich wohl denken und nun kamen sie in die gegend des osternestes wie von der weihnachtswiese alles spielzeug und alle weihnachtssüßigkeiten kommen so kommen aus dem osternest die ostereier in einem weiten weißen tal lag ein riesengroßes grünes nest es war wohl so groß wie ein berg auf dem rande des nestes saßen ringsherum viele viele tausend hühner in allen farben grüne blaue weiße gelbe rote schwarze bunte gestreifte und gesprengelte eines dicht neben dem anderen fein ordentlich die schwänzchen nach innen die schneebelchen nach außen gekehrt über dem nest hing ein strick vom himmel herunter mit einem schönen gelben ring am ende in dem ring aber saß ein großer gockelhahn der schlug alle zwei augenblicke mit den flügeln und krähte kikiriki und jedes mal wenn er krähte klack legte jedes von den hühnern ein schönes farbiges ei von zucker schokolade oder marzipan je nach der farbe des huhnes die eier kullerten alle in das innere des großen Nestes hinunter und wurden dort von vielen tausenden kleiner, schneeweißer und knallgelber Osterhäschen aufgesammelt, fein säuberlich in Körbchen und kleine Taschen gepackt und ordentlich aufgestapelt. So geht das immer fort, erklärte der Sandmann im Vorüberreiten, der Hahn kräht, die Hühner legen, die Häschen sammeln und verpacken, bis das ganze riesengroße Nest voll ist. Und dann ist Ostern. In der Nacht vor Ostern aber nimmt jedes Häschen seine Eierlast huckepack und hoppelt damit zur Erde herunter. Dort hat jedes Haus, in dem Kinder wohnen, sein bestimmtes Häschen, das in der Osternacht die Eier bringt. Das alles war natürlich schrecklich interessant. Peterchen und Anneliese wollten so gern ihr Häschen noch entdecken, aber es war keine Zeit, sie ritten zu schnell. Es ist ein gelbes Häschen, sagte der Sandmann, als Peterchen ihn fragte. Da waren sie auch schon vorbei und hörten nur noch von fern ein paar Mal den großen Hahn krähen. Immer mehr näherten sie sich jetzt dem großen Mondberg. Himmelhoch ragte er in die geisterblaue Nacht vor ihnen auf, steil und spitz. So einen Berg gab es nirgends auf der Erde, so seltsam hätte man sich ihnen nicht mal träumen können. Wie von wachsweißem Teig war er oder von gefrorener Schlagsahne. Hopp sprang der Bär über einen großen Wall, der rings um den Berg herumlief. Und nun waren sie am Ziel ihrer großen Reise, in einer finsteren Schlucht, am Fuße des Mondberges, bei der Mondkanone. Mondkanone. Die Mondkanone. Ein bisserl unheimlich sah es doch in der Schlucht aus. Da waren so finstere Schatten und so sonderbar geformte Steine, dass man sich eigentlich hätte fürchten können, wenn man Zeit dazu gehabt hätte. Wenn man aber keine Zeit dazu hat, dann fürchtet man sich eben nicht. Das ist eine alte Geschichte. Der Bär war noch so im Lauf, dass er auf allen Vieren ein Stück weiter rutschte, ehe er sich gebremst hatte. Dicht neben einem großen Felskegel, der einen pechschwarzen, langen, spitzen Schatten über einen freien Platz warf, hielt er still. Genau an der Stelle, wo der Schatten aufhörte, stand die Mondkanone auf einem kleinen grau-weißen Hügelchen. Sie war halb darin versunken und musste wohl schon viele tausend Jahre hier stehen, denn der Mondstaub lag so dick auf ihr, dass nur hier und da noch das Metall des gewaltigen Kanonenrohres ein wenig hervorblitzte. Aus grauem Silber war dieser Kanonenlauf, noch dicker als ein Regenwasserfass und wohl zehnmal so lang. Ein kleines Leiterchen lehnte neben der Mündung, die steil in die Luft gerichtet war, und nicht weit davon stand ein Kanonenwischer zum Putzen des Laufes, ehe geschossen wird. Der Wischer sah eigentlich sehr lächerlich aus, wie eine mächtige, kreisrunde Igelbürste mit einem langen Stiel daran. Wir sind am Ziel der Reise, sagte das Sandmännchen. Also kletterten sie eiligst von dem großen Bären herunter, der sich augenblicklich zum Heimgalopp umdrehte. Er hatte seine Pflicht getan, wollte sein Futter haben und seine Ruhe im Bärenstall. Damit hatte er natürlich recht, bekam zum schönen Dank von den Kindern noch ein Äpfelchen, vom Sandmann einen freundlichen Klaps auf den dicken Bärenschinken und trottete davon. Die drei Abenteurer aber standen am Fuße des himmelhohen Berges und das Sandmännchen nahm eine sehr feierliche Mine an. Jetzt kam nämlich das große Ereignis, dessen wegen sie die Reise gemacht hatten. Die Begegnung mit dem Mondmann und die Eroberung des Beinchens Hoch oben auf der höchsten Spitze des Berges hauste der Mondmann und dort stand auch in einem kleinen Wald die Birke, an der das Beinchen damals hängen geblieben war. Mit großer Wichtigkeit erklärte der Sandmann den Kindern, dass er sie jetzt in die Kanone hineinladen würde, zuerst den Sumsemann, dann das Peterchen, dann die kleine Anneliese, denn man müsse auf den Berg hinaufgeschossen werden, anders sei es unmöglich, dort hinaufzukommen. Wenn sie aber alle oben wären, müssten sie in dem kleinen Wald das Beinchen suchen, es von dem Bäumchen herunternehmen und dem Sumsemann vorsichtig an der richtigen Stelle mit Spucke wieder ankleben. Sollte ihnen beim Suchen etwa der Mondmann begegnen, der dort oben immer fortherum liefe, so sei das auch nicht weiter schlimm. Artigen Kindern könne er nichts tun, wenn er auch noch so grimmig täte. Würde aber der gräuliche Kerl gar nicht zu besänftigen sein, dann gebe es ein unfehlbares Mittel. Die Kinder sollten nur ihre Sternchen zur Hilfe rufen. Sie würden schon sehen, wie das bei dem Mondmann ankäme. Als das Sandmännchen mit seiner Erklärung fertig war, schnaubte es sich die Nase, denn ihm war wieder ziemlich gerührt zumute. Dass es von den beiden lieben Kindern Abschied nehmen sollte, ging ihm doch nah. Und schließlich der Mondmann da oben. Es könnte möglicherweise einen wirklichen Kampf geben, und einfach war das nicht. Als die Kinder merkten, dass dem guten Sandmann so ein wenig weich ums Herz war, fielen sie ihm plötzlich um den Hals, um sich zu bedanken, und gaben ihm herzhafte Küsschen. Na, das war was für das Sandmännchen. Nun aber hieß es, ans Werk zu gehen. Denn kam der Morgen, ehe die Kinder das Beinchen hatten, so war alles umsonst. Der Sandmann ergriff den Kanonenwischer, kletterte auf dem Leiterchen zur Mündung der Kanone und putzte den Lauf umständlich und gründlich. Es war ja, seit der Mondmann damals vor tausend Jahren hinaufgeschossen wurde, nicht mehr daraus geschossen worden. Und wenn der Lauf innen nicht so blitzblank war wie eine Kakaobüchse, konnten sich die Kinderchen leicht beim Herausfliegen die Nasen abscheuern. Ernsthaft und aufmerksam guckten sie zu. Ordentlich schwitzen tat das Sandmännchen, und wenn es sich mal einen Augenblick verpustete, gab es den Kindern noch gute Ratschläge, wie sie den Mondmann behandeln müssten. Natürlich höflich, denn auch die rohesten und grässlichsten Leute muss man immer höflich und freundlich behandeln. Dann werden sie nämlich meistens verlegen und ganz zahm. So, jetzt war der Lauf blank. Vorwärts, Sumsemann, rein in die Kanone, rief das Sandmännchen. Ja, wo war denn der? Nirgends war der Maikäfer zu sehen. Er hat sich gewiss versteckt, weil er immer so Angst hat, meinte Anneliese. Na, das hatte gerade noch gefehlt. Um sein Beinchen ging es unter Kniffer wohlmöglich im letzten Augenblick aus, der Jammerpips. Peterchen fand das höchst unmännlich. Sie machten sich natürlich schleunigst auf die Suche nach dem Auskneifer, und richtig, da lag er hinter der nächsten Felsennase ganz still und stellte sich tot. So ein Feigling. Sandmännchen packte ihn am Kragen und rüttelte ihn gehörig. Summ, summ, wenn es schießen tut, hab ich Angst, hab ich Angst, ich geh kaputt, stotterte der edle Ritter, als man ihn zur Rede stellte. Ach was, polterte der Sandmann, seinetwegen wird die Sache gemacht, und da stramp pampelt er hier. Vorwärts, rein in die Kanone. Im Augenblick war er gepackt, hochgehoben und, obwohl er wie toll zappelte, kopflings in den Lauf gestopft. Die Kinder mussten laut lachen, so komisch sah das aus. Sandmännchen aber lief geschäftig zum hinteren Ende der Kanone, richtete die Mündung nach dem Gipfel des Berges, zielte genau und rief »Achtung, Augen zumachen!« und riss an der dicken Abzugsschnur. Bumms, gab es einen gewaltigen Knall. Ein dicker Dampfstrahl fuhr aus dem Lauf der Kanone, und mitten darin sah man den Sumsemann wie ein braunes Kanonenkügelchen gen Himmelshausen. Der Sandmann beobachtete den Schuss ganz genau. Ja, er hatte gut gezielt. Der Maikäfer war oben. Nun kam Peterchen an die Reihe. Er wurde hochgehoben. »Glück auf die Reise«, sagte das Sandmännchen und ließ ihn sacht in den Kanonenlauf hinunterrutschen. Komisch war's da drin, wirklich wie in einer großen Kakaobüchse. Peterchen wollte sich gerade noch ein bisschen diese sonderbare Umgebung gesehen, da hörte er, wie draußen das Sandmännchen rief. »Augen zu!« Schnell kniff er die Augen zu. In demselben Augenblick gab es auch schon einen Knall rings um ihn herum, und »Sirr« schwirrte er aus der Kanone, in einen wunderschönen Bogen himmelwärts den Berg hinauf. »Wupp«, da saß er oben auf der Kante des Berggipfels, dicht neben dem Sumsemann. Beide guckten sich ganz erstaunt an, aber sie hatten noch gar nicht so recht besonnen. »Wumms, bumm, wupp«, da saß auch schon Anneliese als Dritte neben ihnen. »Ach«, sagten sie alle drei und sperrten die Mäuler auf. Dann aber mussten sie über ihre eigenen erstaunten Gesichter lachen. Selbst der Sumsemann grinste, nachdem er sich vorher genau befühlt hatte, ob auch noch alles heil an ihm sei. Es war eigentlich das erste Mal, dass er grinste. Seine Fühlerhörnchen bipperten ordentlich vor Vergnügen. Er war überzeugt, dass dieses Erlebnis ihn für alle Zeiten zum Helden der Maikäfer machen würde. Aus einer Kanone war noch nie ein Maikäfer geschossen worden. Das war ein Abenteuer, eine Tat des Mutes und der Männlichkeit, wie sie noch keiner der vielen Frühlingsritter aus den Kastanien, Linden oder Buchen der Erde vollbracht hatte. Er erhob sich umständlich, plusterte sich auf, dass er noch einmal so dick wurde, wie er sonst war, und spazierte mit sehr komischen, stolzen Gebärden vor den Kindern umher. Ein Denkmal muss mir gesetzt werden, dachte er, im Rasen bei der dicken Kastanie unter einem breiten Maiklöckchenblatt und in der Stellung eines Ritters, der auf einer Kanonenmündung sitzt. An jedem Sonntagabend, wenn der Mond kommt, müssen sich alle Maikäfer der Gegend dort versammeln und ein feierliches Bassgeigenkonzert mit Paukenbegleitung veranstalten. Extra komponiert wird es zur Erinnerung an die Taten des großen Nationalhelden Sumsemann. Er sah wirklich schon beinahe aus wie ein Maikäfer-Nationaldenkmal, als er sich nach diesem weltbewegenden Gedanken vor den beiden Kindern aufflanzte und mit geheimnisvoll düsterem Ton sagte »Nun lasst uns das Beinchen suchen gehen, damit die Tat vollkommen werde und alle Käfer staunend stehen vor dem Ruhme Sumsemanns auf der Erde.« Peterchen und Anneliese mussten natürlich innerlich ein wenig lächeln über diesen komischen Stolz des guten Herrn Sumsemann, aber sie ließen sich das nicht anmerken, weil sie höfliche Kinder waren. Sie erhoben sich also ebenfalls, strichen ihre Hemdchen glatt, nahmen ihre Sachen und begaben sich auf die Suche nach dem Beinchen. Der Kampf mit dem Mondmann Auf dem Monde war eigentlich alles sonderbar und wunderlich, aber auf dem Gipfel des Mondberges war es doch am allerseltsamsten. Bäume standen da, die gar nicht wie Bäume, sondern wie Baumgespenster aussahen. Grau-weiß waren sie und ganz gebeugt unter der Last einer uralten Asche, die wohl einst nach großen Stürmen auf dem Monde wie Schnee auf ihre Zweige niedergefallen sein mochte. Jeder Baum warf einen langen Schatten. Pechschwarz gleich dicken Tintenstrichen lagen diese Schatten auf dem geistergrauen Boden und sahen sehr unheimlich aus. Hin und wieder standen große grünliche Pilze, die gewiss sehr giftig waren, zwischen den Wurzeln der Gespensterbäume und uralter eisgrauer Schimmel hatte alle Steine am Boden dick überzogen. Kein Ton war zu hören, kein Vogelsang, kein Lufthauch regte einen Zweig in diesem toten Walde. Eise kalt war es und grab es still ringsherum. Die Kinder hätten sich gewiss sehr gefürchtet, wenn sie Zeit dazu gehabt hätten. Aber sie hatten so viel zu tun mit dem Suchen nach dem Maikäferbeinchen, dass sie gar nicht merkten, wie unheimlich es eigentlich hier oben war. Man fürchtet sich wirklich nur, wenn man nichts sonst zu tun hat. Das hatten sie jetzt schon öfter gemerkt. Sie froren nicht einmal, trotzdem sie doch nur in ihrem Nachthemdchen waren. So emsig sprangen sie von einem Baume zum anderen und suchten nach der Birke mit dem Beinchen. Hurra, schrie Peterchen plötzlich, da hängt das Beinchen, ich sehe es, ich sehe es. Richtig, in der Mitte eines kleinen mit Mondstaub und Schimmel überzogenen Platzes stand einsam ein Bäumchen, das wirklich aussah wie eine tief zugeschneite kleine Birke. Im Stamm dieser Birke steckte ein langer, rostiger Nagel und an einem roten Bändchen hing daran ein einzelnes Maikäferbeinchen totenstill in der dunklen Luft. Hellauf, jubelten die Kinder und selbst den Sumsemann, dem das Maikäferherz schon wieder beim Anblick dieses unheimlichen Waldes in das unterste Rockschlippchenende gerutscht war, packte die Freude bei dieser Entdeckung so, dass er die Flügel entfaltete, selig zu brummen anfing und den Kindern noch vorausfliegen wollte, trotzdem sie so schnell liefen, als sie konnten. Da ereignete sich etwas Unerwartetes. Hinter einem großen Stein, der neben der Birke lag, sprang plötzlich der Mondmann zähnefletschend und brüllend hervor. Die Kinder blieben auf der Stelle stehen und fassten sich bei der Hand. Gräulich sah der Mondmann aus, riesengroß war er, hatte ein graues, verhungertes Gesicht, so voller Falten und Runzeln wie ein alter Stiefel. Schauderhaft hässlich war sein Mund, eine Schnauze war es fast, mit langen, gelben Zähnen. Um seinen Kopf starrte verfilztes, schmutziges Haar und der Bart hing in Wüstenzotteln auf seine lange, eisgraue Kutte. Auf dem Rücken baumelte ihm an einem Strick ein großes Reisigbündel und in der einen Hand trug er eine mächtige, blanke Axt. So stand er vor den beiden kleinen, mutigen Hemdenmetzen. Mutig waren sie, das muss man sagen, denn trotzdem sie einen tüchtigen Schreck bekommen hatten, nahmen sie nicht Reis aus, wie das gewiss viele andere Kinder getan hätten, sondern blieben tapfer stehen. Peterchen machte sogar eine schöne Verbeugung und obwohl ihm das Herz gewaltig klopfte, fragte er den wilden Mann höflich, ob er hier oben wohl ein Maikäferbeinchen in Verwahrung habe. Der Mondmann fletschte die gelben Zähne und brüllte, »Was wollt ihr winzigen Würmer hier? Was wollt ihr in meinem Waldrevier? Ein Maikäferbein? Ein Maikäferbein soll hier auf meinem Mondberg sein?« Peterchen erzählte ihm nun unerschrocken alles, was er von der Beinchengeschichte wusste und Anneliese nickte immer zur Bestätigung mit dem Kopf, denn sprechen konnte sie nicht vor Herz klopfen. Der Mondmann aber stand dabei krimmig-grinsend vor ihnen, schaukelte immer von einem Bein auf das andere und schnüffelte mit seiner Schnauze nach den kleinen Äpfelchen, die sie bei sich hatten. Als Peterchen ihn dann am Schluss seiner Erzählung bat, das Beinchen herauszugeben, fauchte er, »Du bittest mich sehr! Was gibst du mir, wenn ich es dir gebe denn wieder dafür?« Anneliese hielt ihm schnell ihr letztes Äpfelchen hin. Raps hatte er es gefressen und schnüffelte nach Peterchens Körbchen, in dem auch noch einiges übrig war. Höflich gab es Peterchen, fort war es. Und während der Unhold noch diesen zweiten Apfel schmatzend verschlang, roch er schon die Pfefferkuchen, die der Weihnachtsmann ihnen mit auf die Reise gegeben hatte. Gierig wollte er sie haben. Es war gewiss für die Kinder ein schwerer Entschluss, aber sie gaben ihm auch die schönen Pfefferkuchen. Man musste sich wirklich ekeln und entsetzen. Denn mit dem bunten Einwickelpapier und mit dem Bindfaden fraß der Wüstemann die Päckchen wie ein Ochse, der Heufrist. Währenddessen aber schielten seine grünen Augen schon nach dem Hampelmann, den Peterchen unter dem Arm hatte. Er wollte ihn durchaus haben. Und als Peterchen ihn zögernd reichte, nein, das war wirklich toll, da biss er ihn mittendurch und schluckte ihn herunter. Etwa wie unser eins, eine Erdbeere. Peterchen war noch ganz starr von dem Schreck über diesen Hunger. Da griff der Mondmann schon nach Annelieses Püppchen. Das war nun sehr schlimm. Anneliese wollte ihr Püppchen durchaus nicht hergeben und fing bitterlich zu weinen an. Immer her, immer her mit dem Puppenkind, sonst gebe ich das Beinchen nicht raus. Geschwind, brüllte der wilde Mann. Ja, um den Preis musste auch das liebe kleine Püppchen geopfert werden. Es war furchtbar. Anneliese hielt sich beide Augen fest zu und weinte schrecklich, als er ihm den Kopf abbiss, dass die Porzellansplitter nur so knisterten zwischen seinen scheußlichen Zähnen. Nicht einmal in die Schnauze schnitt er sich dabei. Das hätte sie nämlich im Stillen gehofft. Dann war auch dieses Püppchen verschlungen, das Letzte, was sie hatten. Der Mondmann strich sich den Bauch und leckte sich die Schnauze vor Behagen. Die Kinder aber dachten, nun ist er zufrieden und gibt uns endlich das Beinchen heraus. Denn es hatte ihm doch alles, auch das Porzellanköpfchen vom Püppchen und der Sägespänenleib vom Hampelmann prächtig geschmeckt. Nein, der Unhold lief schon wieder schnüffelnd herum, als hätte er immer noch nicht genug. Das war doch eigentlich toll. Peterchen war sehr entrüstet über solche Gierigkeit und Unbescheidenheit und verlangte jetzt energisch das Beinchen. Denn Äpfelchen, Pfefferkuchen, Hampelmann und Püppchen waren gewiss ein sehr ansehnlicher Kaufpreis. Die Kinder hatten nichts mehr zu verschenken. Mit glimmrigen Augen guckte der Mondmann sie an. Von oben bis unten zog langsam ein riesenlanges Messer aus seinem Kittel, wetzte es sorgfältig an einem großen Stein vor ihnen und schmunzelte und schmatzte dazu vor sich hin. Zwei Menschlein kamen zu mir herauf, mit Haut und Haaren fress ich sie auf. Tausend Jahre hab ich nichts gegessen, tausend Menschen könnte ich fressen. Schlachten will ich sie, langsam braten am Spieß, sie werden mir wohl geraten. Ich lass sie backen, hundert Stunden, dann sollen mir ihre Gliederlein munden. Und damit wollte er sich auf die Kinder stürzen. Was sollten sie nun tun? Anneliese klammerte sich an Peterchen und dieser zog mutig sein kleines Holzschwert. Niemand konnte denken, dass der kleine Junge damit den wilden Menschenfresser besiegen würde. Aber in diesem Augenblick, als er das Schwert hob, geschah etwas ganz Unerwartetes. Pechfinster wurde es. Ein lohnder Blitz zuckte und mit Himmel erschütterndem Donnerschlag sprang der Donnermann aus der Weltnacht auf den Berggipfel, stürzte sich auf den Mondmann, schlug ihn über den Kopf und stieß ihn mit einem so fürchterlichen Fußtritt vor den Bauch, dass der widerwärtige Menschenfresser wie ein Sack auf dem Boden herumkollerte. Dann war der Donnermann wieder in der Nacht verschwunden und nur ein fernes Rollen hörte man noch, das bald verklang. So schnell war das alles geschehen, dass die Kinder kaum Zeit hatten, es richtig zu begreifen. Oh weh, mein Bauch, oh weh, mein Bein, verfluchte Pein, verfluchte Pein, schrie der Mondmann und wälzte sich auf dem Boden zwischen den Bäumen herum. Fast mussten die Kinder lachen, so sonderbare Verrenkungen machte er dabei. Er hatte so furchtbare Hiebe bekommen, dass er sich vor Schmerzen bog wie eine Riesenmade. Trotzdem versuchte er wieder auf die Beine zu kommen und schnaufte. Das war der Donnermann, ihr Kröten, ihr habt ihn wohl um Schutz gebeten? Es soll euch aber donnern und blitzen, vor meinem Grimm und Hunger nicht schützen. Ich schlachte euch doch und brate mir fein all eure weißen Gliederlein. Da kam er auch schon hoch, griff nach dem Messer und wollte sich zum zweiten Mal auf die Kinder stürzen. Peterchen hob sofort wieder sein Schwert gegen ihn und als habe er auf dieses Kommando des kleinen Jungen nur gewartet, tauchte jetzt mit weit geblähten Backen der dicke Wassermann aus der Tiefe herauf. Ehe sich der Mondmann recht besonnen hatte, schoss ihm aus dem breiten Froschmaul des Wassermanns ein eiskalter Wasserstrahl mit solcher Gewalt mitten ins Gesicht, dass er sich nach hinten überschlug und zum zweiten Mal am Boden herumwälzte. Er wollte natürlich brüllen, aber kaum riss er die Schnauze auf, fuhr ihm der Wasserstrahl hinein, so dass er nur glucksen und prusten konnte. Und nicht eher hörte der Wassermann zu spritzen auf, bis der Mondmann triefend von dem eiskalten Wasser wie ein Toter da lag. Dann sagte er befriedigend ein paar Mal Blubak-Quaks, nickte den Kindern gutmütig zu und versank wieder. Diesmal war es wirklich so komisch gewesen, als der Mondmann umgespritzt wurde und immer nur pusten und glucksen konnte, wenn er brüllen wollte, dass selbst Anneliese lachen musste. Überhaupt waren beide Kinder jetzt schon viel beherzter als zuerst, nachdem sie erfahren hatten, wie die guten Naturkräfte ihnen treuen Beistand leisteten, wenn es sehr gefährlich wurde. Darum gingen sie nun auch ganz ruhig ein Stückchen näher an den umgespritzten Menschenfresser, um ihn sich zu begucken. Da lag er, nass wie ein Pudel. Aber doch nicht ganz leblos, denn von Zeit zu Zeit schnaufte er. Peterchen dachte einen Augenblick, man könne nun wohl das Beinchen holen, aber da bewegte sich der wüste Riese schon wieder. Er kollerte ein paar Mal herum, vorwärts und rückwärts und keuchte. Hat er mich auch halbtot gespritzt, es hat euch Kröten doch nichts genützt. Ich komm schon hoch, ich will mich schon berappeln, ihr sollt mir dennoch am Bratspieß zappeln. Da war er auch schon wieder auf den Beinen und taumelte auf sie zu. Trotz Donnerbrummen und Wasserspritzen sollt ihr brutzeln und braten und knusprig schwitzen, brüllte er und schwang mit gräulichem Grunzen das Messer. Jetzt hob Peterchen zum dritten Mal sein kleines Holzschwert und zum dritten Mal geschah etwas für den Mondmann ganz Unerwartetes. Rauschend fuhr es aus der Höhe herunter mit pechschwarzen, riesigen Flügeln. Über den Mondberg hin ging ein Wirbelwind, dass sich die grauen Bäume, die so tot und unbeweglich gestanden hatten, knisternd bogen, gleich Grashelmchen auf einer Wiese. Was war das? Der Sturmriese kam den Kindern zur Hilfe. Mit seinen mächtigen Fäusten riss er im Walde den dicksten Baum aus dem Boden, warf ihn krachend über den Mondmann und war im Nu wieder fort, wie er im Nu gekommen war. Das ging wieder so schnell, dass man sich kaum darüber besinnen konnte und die Kinder merkten erst richtig, was geschehen war, als sie den Mondmann jetzt wie einen geprügelten Riesenhund vor Wut und Schmerzen aufräulen hörten. Unter dem Baumstamm lag er festgeklemmt auf dem Boden, konnte sich nicht rühren und brüllte so fürchterlich, dass der ganze Berg davon zitterte. Peterchen hatte jetzt natürlich einen gewaltigen Mut. Er wusste, dass auf sein Kommando die großen Naturgewalten herbeikamen. Also ging er unverzagt sein kleines Schwert in der Hand ganz dicht an den Gefangenen Unhold heran und sagte, Siehst du, Mondmann, das kommt davon, dass du das Beinchen nicht herausgeben und uns auffressen wolltest, trotzdem wir dir schon so viel zu essen gegeben hatten. Nun bist du gefangen und kannst nichts machen und wir, wir holen das Beinchen und lachen. Anneliese aber machte ihm eine lange Nase und sagte, Ätsch! Man kann sich wohl denken, wie das den Mondmann ärgerte. Er pfiff vor Wut wie ein verrostetes Türschloss, spuckte nach den Kindern und fletschte die Zähne. Oh, wenn auch Feuer, Wasser und Wind mit euch im Bunde gegen mich sind, wartet nur, wartet, ich will mich schon rächen, euch freche Wichte und auch Spießen und Stechen. So fauchte er und zerrte dabei wütend an dem Baum, unter dem er festgeklemmt lag. Furchtbar stark musste er sein, denn wirklich bewegte sich der dicke Stamm über ihm von seinem wütenden Rütteln so, dass Peterchen schnell zurücksprang. Es war auch die höchste Zeit gewesen. Krick, krack, brachen ein paar Äste. Der Baum rollte schwerfällig herum und der Mondmann kam frei. Dicken Schaum hatte er vor Grimm an der Schnauze. Jetzt ist es mit eurer Frechheit vorbei, jetzt hau ich euch mit der Axt entzwei, jetzt stampfe ich euch zu Muß und Brei. So heulte er, griff nach seiner mächtigen blanken Axt, da ihm das Messer vom Sturmriesen zerbrochen worden war und stürzte vorwärts. Peterchen hob wieder sein Schwert, aber im Augenblick hatte der Mondmann es ihm aus der Hand geschlagen. Da rief Anneliese plötzlich ganz laut, Sternchen, Sternchen, kommt herbei. Die Kinder wären ganz gewiss verloren gewesen, wenn Annelieschen nicht gerufen hätte, denn Peterchen war im Augenblick so erschreckt, dass er nicht wusste, was er tun sollte. Auf Annelieses helles Rufen aber geschah jetzt das Wunderbarste. Ein weißes Leuchten ging vom Himmel nieder und neben den Kindern standen in einer Geschwindigkeit, die man sich nicht ausdenken kann, ihre beiden Sternchen mit gegen den Mondmann hoch erhobenen Händen. Blendendes Licht strahlte von diesen Händen gegen die weit aufgerissenen Augen des Unholdes, als er eben die Kinder packen wollte. Er stutzte, als sei er mit einem Hammer vor den Schädel geschlagen, taumelte zurück, ließ die Axt fallen und fuhr sich mit beiden Händen an die Augen. »Nalu, was ist das? Bin ich blind? Ich sehe nichts mehr. Ich sehe nicht, wo die Kröten sind. Ich kann sie nicht finden. Ich kann sie nicht sehen,« keuchte er, tappte tollpatschig im Wald herum und stieß immer fort, weil er vollkommen geblendet war, mit seinem dicken Kopf an die Bäume und Felsen. »Aua!« brüllte er jedes Mal und torkelte weiter. »Hier müssen sie sein! Dort müssen sie stehen!« schnaufte er und lief bumms genau in die verkehrte Richtung wieder gegen einen Spitzenfelsen, das ihm das Blut nur so herausspritzte. Aber trotz allem rappelte er sich wieder hoch und lief wie ein Besessener weiter. Schließlich hörten sie nur noch ganz fern, wie er schrie, »Ich friss euch mit Haut und Haaren! Ihr entgeht mir nicht! Ihr entgeht mir nicht!« Die Kinder waren so erstaunt, dass sie gar nichts sagen konnten. Sie schmiegten sich nun ganz dicht an ihre Sternchen und waren froh. Für einen Augenblick war es ganz still. Dann beugten sich die Sternchen liebreich jedes über sein Kind, hauchten ihnen einen leisen Kuss ins Haar und sagten mit ihren silberreinen Stimmchen, »Macht schnell, macht schnell, verliert keine Zeit, lebt wohl, der Tag ist nicht mehr weit!« Fort waren sie, wie sie gekommen waren und die Kinder blieben allein. Das Beinchen Keine Zeit verlieren, hatten die Sternchen gerufen. Nun hieß es also, schnell das Beinchen zu holen. Peterchen machte sich denn auch sofort ans Werk, kletterte an der Birke herauf und knüpperte es von dem Nagel, an dem es tausend Jahre gebaumelt hatte, während Anneliese unten, die Ärmchen reckend, auf den Zehen stand, um das berühmte Urgroßvater Beinchen in Empfang zu nehmen. Es war ein sehr feierlicher Augenblick. So, nun hatte Anneliese das Bein und sie stolzierten mit ihrer Trophäe zum Sumsemann, der sich natürlich sofort im ersten Augenblick der Begegnung mit dem Mondmann totgestellt hatte. Er lag, als gehöre er überhaupt nicht dazu, in einer Ecke zwischen Giftpilzen und beschimmelten Steinen, ein braunes, unscheinbares Klümpchen. Es war gar nicht leicht, ihn zu erkennen. Sie betrachteten den scheintoten Helden eine Weile und freuten sich, was er nun wohl für ein Gesicht machen würde. Dann aber suchten sie sich an ihm die Stelle für das Beinchen. Peterchen fand ein kleines Loch unter dem dritten schwarz-weißen Westenstreifen. Da musste es bestimmt hin. Anneliese spuckte also tüchtig auf das obere Urgroßvater Beinchenende und dann drückten sie es mit vereinten Kräften in das Loch hinein. Anstrengend war das, ordentlich ächzen musste Anneliese dabei. Endlich saß es. Sie probierten und fanden, dass es wirklich ganz ungeheuer fest saß, sodass es gewiss nicht so leicht wieder abgerissen oder abgehauen werden konnte. Es ist ja bekannt, das Spucke wunderschön klebt. Als sie mit diesem Geschäft fertig waren, gingen sie mit großer Freude daran, den Maikäfer zu wecken. Sie rüttelten und schüttelten ihn, aber er war so in Angst, dass er sich toter stellte als sie jemals zuvor. Und als Peterchen ihn mit seinem Namen anrief, brummte er nur immer ganz leise, »Ich bin tot, ich bin ganz tot, ich kann nicht mehr tot gemacht werden, weil ich schon ganz tot bin.« Schließlich schrie ihm Peterchen in die Ohren, »Herr Sumsemann, Herr Sumsemann, sehen Sie sich mal Ihr Beinchen an!« Da fuhr der dumme Kerl wie ein erschreckter Floh in die Höhe und klotzte in die Gesichter der Kinder. »Hat er euch gefressen, der Mann?« fragte er ganz verängstigt, obwohl er doch eigentlich sehen konnte, dass sie nicht gefressen waren, weil sie vor ihm standen. Natürlich quietschte Anneliese nur so vor Vergnügen über solch dumme Frage. Peterchen aber nahm eine sehr wichtige Miene an, zeigte auf das angeklebte Beinchen und sagte noch einmal, »Herr Sumsemann, sehen Sie sich bitte Ihr Beinchen an!« Der dicke Kastanienritter schien immer noch nicht recht zu begreifen, was er tun sollte, so zögernd sah er nun an sich herunter. Da, als hätte der Blitz plötzlich vor ihm eingeschlagen, erfasste er, was vorgegangen war. Er sprang auf, kreiselte und tanzte um die Kinder herum. Er war mit dem ausführlichen Freudentanz noch lange nicht fertig, als er durch eine plötzliche Erscheinung gestört wurde, die eine dringende Warnung für die drei Abenteurer bedeutete. Es war ja den Kindern gesagt worden, dass sie noch vor Sonnenaufgang wieder zur Erde zurückkehren müssten, da sie sich sonst nie wieder vom Monde herunterfinden würden. Nun leuchtete plötzlich ein wundersam fremder Schein aus dem dunklen Himmel über dem Monde. Der graue Boden bekam eine Farbe gleich grünrot überlaufendem Silber, auf allen Bäumen und Pflanzen funkelte der Mondstaub wie rosenroter Schnee. Über der höchsten Bergzinne aber, gerade vor sich, sahen die Kinder im gleichen Augenblick die liebliche Tochter der Sonne, die Morgenröte. Sie hatte die Arme über das Haupt erhoben, von ihren Händen tropften Rubinfunken und roter Nebel wehte aus ihrem Haar. Das Haupt weit in den Nacken gelegt, sangen die Morgenröte mit einer Stimme, die jubelnder war als alle Lerchen und klingelnder als alle Nachtigallen der Erde. Der Sonne goldener Wagen naht, von der Erde weichen die Träume, es grenzen des Himmels heiligen Raum, des Tages silberne Säume. Ich fliege über die Welt dahin, mit dem Bruder, dem Morgensterne, Frühwolken wie blitzende Blumen blühen über der duftenden Ferne. Schon weckt der Tag den schlafenden Hain zu des Frühlings leuchtendem Glück. Hier wandte sie lächelnd den Kindern das wunderschöne Anglitz zu und nickte voller Liebe. Nun eilt euch, eilt euch, ihr Kinderlein, kehrt schnell auf die Erde zurück. Dann entschwand sie wieder, hinter ihr aber blieb der große Himmel von Purpur übergossen und das blasse Mondland darunter glühte, als hätten Millionen Rosen auf seinem elfenbeinfarbenen Grunde die Knospen gesprengt. Die Kinder standen noch unbeweglich vor Staunen über die unbeschreibliche Schönheit dieser Erscheinung. Da zupfte sie der Maikäfer leise am Hemdchen, gab ihnen das rechte und das linke Vordergrällchen und sagte mit tiefem Ernst und sehr feierlicher Stimme Nun ist sie vorüber, die seltsame Fahrt, bei der ihr mir treue Begleiter wart. Mein Beinchen habe ich endlich wieder, so wollen wir schnell zur Erde nieder. Faßt euch bei den Händen und hört ihr den Spruch, so schließt eure Augen, in sausendem Fall geht's nieder in unser Heimattal. Die Kinder gehorchten sofort, denn sie fühlten, dass es großer Ernst war, als der Sumsemann dies sagte. Sie umfassten sich also und standen dicht aneinander geschmiegt. Der Maikäfer aber rief laut, Mutter Erde, wir rufen dich an, fern dir führte uns unsere Bahn, hör uns unsere Not war groß, nimm uns wieder in deinen Schoß. Da öffnete sich der Boden und die drei Abenteurer sanken, eng umschlungen, hinab in die Tiefe. Wieder daheim. Als der Maikäfer seinen Spruch gesprochen hatte, war es den Kindern ganz dunkel vor Augen geworden. Sie fühlten, wie der Boden sich unter ihnen auftat und wie sie in eine fast unendliche Tiefe hinabsausten. Sehen konnten sie nichts und hören konnten sie nur ein ungeheures brausen und summen. Krampfhaft hielten sie aneinander umklammert und konnten weiter nichts denken, als dass sie sich nicht loslassen durften. So ging es eine ganze Weile und dann war es ihnen plötzlich, als sänge mitten in den Brausen und Summen ein kleiner Vogel. Immer lauter wurde das Zwitschern und Singen, das Summen aber wurde immer leiser, bis es ganz aufhörte und nur noch das trillernde Vögelchen zu hören blieb. Da wagten die Kinder die Augen aufzumachen. Ha, sie saßen in ihrem Kinderzimmerchen eng umschlungen im Nachthemdchen mitten auf dem Tisch. Die Sonne warf gerade den ersten blitzenden Strahl durch das Fenster und auf dem Fliederbusch draußen pfiff ein kleiner Zeisig vergnügt sein Morgenlidchen. Beide Kinder waren so erstaunt, dass sie sich zunächst mit weit aufgerissenen Augen anguckten. Dann sagte Peterchen aber erst nach einer ganzen Weile Anneliese und Anneliese sagte Peterchen Als sie dabei bemerkten, dass sie ganz richtig noch Peterchen und Anneliese waren und nicht etwa Fledermäuschen, Mondschäfchen oder Kanonenkugeln, platzten sie los und lachten schrecklich. Sie hatten aber auch wirklich sehr komische Dinge erlebt und waren nach so viel Gefahren und Abenteuern ohne eine einzige Beule oder sonst ein Wehwehchen wieder daheim in ihrem Stübchen. Grund zur Freude war also genug. Alles um sie herum war in bester Ordnung. Schaukelpferd, Puppenstube, Bilderbücher und Hurra das Püppchen und Tampelhäschen auch. Tampelhäschen So gesund, als wären sie niemals vom Mondmann aufgefressen worden. Selbst die Körbchen mit den Äpfeln standen hübsch auf dem Tisch, wie die Mutter sie am Abend hingestellt hatte. Das war wirklich wunderbar. Sie waren noch damit beschäftigt, all dies jubelnd festzustellen, da hörten sie draußen die dicke Minna kommen. Husch waren sie in ihrem Bettchen. Die Minna kam herein, wie an jedem anderen Morgen und rief, Aufstehen, aufstehen, Kinderlein, die Sonne ist schon über der Wiese, aufstehen, Peterchen, Anneliese. Peterchen, der kleine Strick, tat, als ob er eben erst aufgewacht war und rieb sich umständlich die Augen. Dann fragte er ganz verschlafen, ob es denn schon so hell wäre. Natürlich, sagte die Minna und zog die Gardinen am Fenster zurück. Summ schwirrte etwas in der Stube herum. Der Maikäfer, riefen die Kinder wie aus einem Munde und waren im Nu aus dem Bett. Schwupp hatte die Minna ihn schon und wollte ihn ins Fenster stecken. Aber da kam sie bei Peterchen schön an. Was, den Sumsemann totmachen? Der darf nicht totgemacht werden, das ist unser Sumsemann, den muss man fliegen lassen, rief er und zog sie energisch am Schürzenband. Die Minna schüttelte den Kopf, sie konnte nicht begreifen, was das alles heißen sollte. Sie war eben zu dumm, die Minna. Schließlich aber gab sie den kleinen Käfer der Anneliese auf so dringendes Bitten doch ins Händchen und ging hinaus, um die Mutter zu holen. Kaum waren die Kinder allein, so liefen sie zum Fenster und betrachteten den Käfer Matz. Er lag in Annelieses Händchen und stellte sich tot. Natürlich, die Minna hatte ihn auch schauderhaft erschreckt. Peterchen zählte sofort seine Beinchen. Ja, es waren richtige sechs Beinchen. Also, das Abenteuer war nicht umsonst gewesen, die Beinchen Eroberung war geglückt, wirklich geglückt und die Sumsemanns waren nach tausend Jahren zu ihrem Recht gekommen durch die Taten Peterchens und Annelieses. Anneliese meinte, man könnte es wirklich nicht sehen, dass das Beinchen angeklebt sei und aus tiefster Überzeugung sagte sie, Spucke klebt schön. Jeder wird es glauben nach dieser Erfahrung. Da krabbelte das Käferchen wieder. Er merkt, dass wir sind und fürchtet sich nicht mehr, meinte Peterchen und sie freuten sich beide. Dann machten sie schnell das Fenster auf, Anneliese hielt ihr Händchen hinaus und sie sangen das berühmte Fliegeliedchen. Der kleine Sumsemann aber krabbelte emsig auf den ausgestreckten Zeigefinger Annelieses, breitete auf der obersten Spitze seine Flügel aus und Summ flog flog er hinaus in den blauen Morgen über den Garten über die Wiese weit weit. Ade Herr Sumsemann kommen sie gut zu Hause an riefen sie und winkten ihm nach. Da kam die Mutter herein umarmte ihre beiden Kinderchen gab ihnen einen lieben guten Morgenkuss und außerdem das war eigentlich seltsam jedem Kind ein schönes Pfefferkuchen Päckchen mit einem Gruß vom Weihnachtsmann Es waren genau die Kuchen Päckchen die das Pfefferkuchen Männchen ihnen auf der Weihnachtswiese in der Nacht gepflückt hatte. Nun war es klar nun war es ganz gewiss dass die Mutter mit dem Weihnachtsmann eng bekannt und sehr befreundet war dass sie schon das ganze Abenteuer vor vom Mondmann der alles aufgefressen hatte der Weihnachtsmann hatte natürlich alles gesehen Püppchen Hampelmann Äpfel und Pfefferkuchen hatte sie aus des Mondmanns Bauch wieder herausgezaubert und der Mutter schnell auf die Erde geschickt zur Belohnung für die Kinder Es war ganz gewiss so es konnte gar nicht anders sein und hell jubelnd fielen sie ihrem lieben lieben Muttchen um den Hals lieben müssen Schnell